Schönen guten Tag meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge Jizzle My Pants mit der wundervollen, in der Haare spielenden Jen und Dizzy. Wobei ich sage nicht mehr Jen, ich sage Jenny, weil finde ich irgendwie geiler, ist persönlicher. Das ist jetzt aber überrumpelnd. Ich sag doch die ganze Zeit Jenny Schmenni. Ich muss gerade überlegen. Nee. Doch. Nee, eigentlich nicht. Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Das ist ja jetzt auch erstmal nicht so wichtig. Ja, Jenny. Ja, Nils. Wow. Jetzt wird es kritisch. Meine Damen und Herren, leider Gottes haben wir so ein ganz leichtes Hintergrundgeräusch heute, weil Bauarbeiten stattfinden bei Jen im Hintergrund. Jenny, ja. Bei Jenny, genau. Und deswegen wundert euch nicht, wenn so ein ganz leichtes Brummel da ist. Ja. Wie ist es dir denn so ergangen in der letzten Woche? Mir ging es sehr gut. Mir ging es sehr gut. Ich hatte viel Bauarbeiten zu Hause gehabt, viel Renovierungsarbeiten, viel aufstehen und machen und schlafen gehen. Aber mir ging es sehr gut trotzdem. Ich habe ein bisschen ausgeschlafen heute. Bis sage und schreibe 9.30 Uhr ist mittlerweile mein Ausschlafen. mir ging es sehr gut. Ich war sehr aktiv. Und die? Und die? Du hast einen sehr aktiven Eindruck. Ich, ja. Wirklich. Wirklich. Ja. Schön. Das freut mich. Das freut mich. Bei mir ist alles gut. Die Woche war ein bisschen wild. Also fahrtechnisch war sie wild, da drüben im Rennsitz. Und Samstag ist das ein bisschen eskaliert, weil es seit Oktober fast jedes Wochenende regnet in den langen Rennen. Und so mittlerweile macht das echt so ein bisschen… Was? Ich fahre ja am Wochenende immer lange Rennen. Ja. Und da regnet es immer. Und was hat Oktober gesagt? Seit Oktober letzten Jahres fahre ich fast jedes Wochenende im Regen. Ach so. Ja. Und diese Woche, Samstag, hat mich das ein bisschen gebrochen. Aber im Spiel? Ja. Im Spiel regnet es. Draußen scheint die Sonne und im Spiel regnet es. Du sitzt halt… Also wir sind am Samstag beispielsweise in sechs Stunden Dauerregen gefahren. Es war einfach alles grau. Und das habe ich schon gefühlt. Seit Oktober regnet es halt jedes Wochenende in den langen Rennen. Kann man das nicht einstellen? Ja, kann man. Das fragt mich jeder. Aber Veranstalter sind witzig und sagen sich so, ha, Regen ist toll. Also dass man so richtig depressiv dann in dem Auto sitzt. Ja. Man hat auch nicht mehr so wirklich viel Spaß. Naja. Okay. Aber ey, es gehört dazu. Okay. Ja. Ja, ansonsten ist es mir sehr gut ergangen. Ich habe mir neue Pedale gekauft. Also so ein neues Spielzeug für mein Auto. Das habe ich schön… Das war sehr witzig. Am Wochenende war mein Kumpel auf Durchreise zu Besuch und hat gepennt hier. Und der hat sich jetzt auch so ein Ding gebaut und hat meine Pedale sozusagen mitgenommen und abgekauft. Und dann kamen die Pedale um 11 Uhr mit der Post hier an und um 13 Uhr war Rennen. Und ich wollte das nicht mitten in der Nacht abbauen, weil er morgens halt gleich wieder losgefahren ist. Und dann habe ich in zwei Stunden die Dinger da versucht abzubauen und anzubauen. Das war eine absolute Vollkatastrophe. Also ich habe wirklich versucht, das hinzukriegen. Ich war fünf vor eins, war ich fertig. Habe den Stream angemacht, bin duschen gegangen, habe mir was zu essen in den Kopf geschmissen und bin dann ins Rennen rein. Das war sehr interessant, ja. Ist das nicht einfach nur abschließen und anschließen? Ja, nee, nicht ganz. Man muss da schon ein bisschen dran schrauben und das sehr festmachen. Und du musst dir vorstellen, das ist eine Stahlplatte, die ist ungefähr fünf Millimeter dick. Ja. Und ich musste, weil die Löcher waren nicht passig, musste ich noch mal bohren. Ja. Und das hat mit dem Bohren alles nicht so funktioniert. Und ich habe sie dann schräg angebaut erst mal. Und gestern hat mein Nachbar mir geholfen, haben wir das ganze Ding auseinander gebaut und alles ordentlich gemacht dann. Das war richtig gut. Also meine Woche war sehr brisant, ja, könnte man sagen. Wie viel Sport hast du gemacht? Äh, fünfmal. Okay, und sonst war es ja siebenmal. Ja. Okay. Ich gehe aber auch aktuell, muss ich sagen, nur laufen, weil ich meinen Arm gerne schützen möchte. Ich muss nachher auch noch mal eine Röhre zum MRT. Oh. Ja. Und dann siehst du wieder deine Adern. Deine Blutgefäße. Ne, meine, die sind immer noch doll. Also es wird, glaube ich, weniger mittlerweile, habe ich das Gefühl. Ja. Aber die ist immer noch doll. Ja. Okay. Okay. Ich war auch beim Arzt letzte Woche da. Und? Achso, weißt du gar nicht, ne? Ne. Ich war letzte Woche beim Arzt, äh, bei einem Gefäßchirurgen. Der war, äh, so lieb und hat endlich mal meine, also meine Premium-Versicherungskarte, die, wenn du dir fallen lässt, äh, klingt wie Blech, äh, die hat endlich mal was gebracht. Also ich habe wirklich am selben Tag einen Termin gekriegt und bin dahin, die haben mir Blut abgenommen, äh, also wirklich ganze Durchblutung gecheckt und, äh, mit Ultrascheiben, mit ganzen Gefäßen durchgeguckt und, äh, rauskam, ich hatte eine Rotatoren-Manschettenentzündung, also das ist hier oben in der Schulter, wo die Sehnen dran sind. Ja. Da habe ich eine Entzündung gehabt. Ich habe mir im Oberarm, habe ich mir eine Muskelentzündung reingezogen. Und ich habe eine Oberfläche, oberflächliche Arterienentzündung habe ich auch noch gehabt. Das heißt, ich habe mir drei Entzündungen gleichzeitig geholt. Ja, der Arzt so, wie haben sie das denn hingekriegt? Ja, so, ich habe ein bisschen Sport gemacht und, äh, bin ein bisschen Autorennen gefahren und, äh, ja, war witzig. Vor allem ein bisschen Autorennen gefahren. Ist das, was strengt, also wird jetzt mal doof gefragt, was strengst du denn aktiv dabei die ganze Zeit an? Äh, Beine und, äh, Schultern und Arme. Weil du so ausgestreckt die Arme hast, oder? Ne, du fährst ja angewinkelt. Also ich sitze angewinkelt da, am 90 Grad Winkel sind die Arme. Du musst dir aber vorstellen, dass da... Also ich sag mal so, ich glaube, wenn du da drinnen sitzt, dann wirst du das Lenkrad nicht drehen können. Warum? Weil da so viel Kraft drauf ist. Also du musst dir, du musst dir vorstellen, wenn du zum Beispiel im realen Leben Auto fährst und in eine Kurve fährst, hast du ja mehr Widerstand. Ja. Bei dir ist aber Servo-Lenkung drin, das heißt, das arbeitet ja mit dir. Ja. Da ist auch Servo-Lenkung drin, aber da wirkt ja viel mehr Kraft, weil du das Auto schneller um die Kurven bringst und du musst das Auto ja kontrollieren. Ich will ja auch mal sitzen. Na, dann komme ich besuchen auf dem Grillwochenende und dann kannst du noch mal sitzen. Ja, und dann fahre ich auch mal sechs Stunden. Wenn du das möchtest. Also sehr gerne. Aber warum ist das für die Beine anstrengend? Also ich sag mal so, ich glaube, du könntest meine Bremse nicht treten. Warum? Weil die so stramm ist. Aber muss das so sein? Naja, das Problem bei mir ist halt einfach, dass ich wirklich sehr viel Sport mache und dadurch meine Beine so sehr ausgeprägt sind, dass das für mich leicht ist und für dich schwer. Also mein Kumpel saß hier am Wochenende drinnen mit Schuhe und der konnte die Bremse nicht durchtreten. Ja, aber das ist ja wie so ein Simulator, dass das ja so echt wie möglich ist, oder? Genau. Ist das in Wirklichkeit auch so? Ja, genau. Also deine Autobremse ist ja sehr, sehr weich. Ja. Und im Rennsport sind die Bremsen richtig hart. Und hat das den Grund? Also... Bitte? Was ist der Grund dafür? Damit du die Bremse besser dosieren kannst. Ah. Also du musst dir vorstellen, wenn du da reintrittst, dann schmeißt du dich sofort wieder zurück. Und beim Rennfahren musst du ja an vielen Stellen immer gleich bremsen. Also der Bremsweg für eine Kurve, wenn du die optimal fährst, ist ja immer derselbe. Ja. Und für deinen Körper ist es einfacher, sich Druck zu merken als Weg. Das heißt, im Auto zum Beispiel, in deinem Auto, hast du ja Weg. Je mehr Weg du hast, desto mehr bremst du ja. Ja. Und im Rennauto ist es, je mehr Kraft du aufbringst, desto härter bremst du. Ja. Und anhand von... Also Kraft ist einfacher zu merken für das Gehirn als Weg. Und deswegen sind Bremsen sehr hart, damit du Kraft dir merken kannst, dass du immer dieselbe Kraft aufbringst und nicht immer denselben Weg machen musst. Und das ist mit dem Lenkrad genau das gleiche? Ne, das Lenkrad ist einfach nur... Wie gesagt, wenn du dir vorstellst, dass du mit 80, 90, 100 durch eine Kurve fährst, hast du ja Gehkräfte, die schieben. Und wenn das Auto wirklich auf der Straße ist und pappt, dann schiebt das ja. Also es will ja irgendwo hin und du musst es aber in die andere Richtung bringen. Und deswegen hast du da so viel Zucht drauf. Also da sind... Ich weiß nicht, wie ich dir das beschreiben soll, weil ich das in Kraft nicht umrechnen kann. Aber es sind 12 Newtonmeter und das ist schon sehr, sehr viel. Also du kannst dir die Daumen brechen dabei, wenn du nicht aufpasst. Ach so? Ja. Wenn du drinnen... Wenn du wirklich... Also ich... Bild nicht beschrieben. Wenn du deine Daumen reinsteckst ins Lenkrad, um umzugreifen und du fährst in eine Wand rein und nimmst die Finger nicht raus, kannst die Daumen brechen. Alter! Oh, ich setz mich da doch nicht rein. Kannst du machen. Also wenn Leute bei mir zu Besuch sind, mache ich das für normale Menschen begehbar und spreche sich auch darauf an und weise auch darauf hin. Alter! Also wenn du meine Schultern siehst... Also ich habe hier oben an meinen Schultern fast nichts mehr... Da ist hier... Da ist nur noch Haut drin. Da ist nichts mehr an Fett. Da liegt nichts mehr drüber. Das ist alles weg. Und die Unterarme auch hier. Krass. Alles weg. Also oberflächig ist das... Ja, der sitzt halt einfach in seinem Stuhl und fährt ein bisschen Auto. Ja, also viele Menschen denken das und das ist auch vollkommen legitim, das so zu denken. Wenn ich jetzt beispielsweise... Ich habe das letztes Mal gemessen, also mit der Uhr, das ist natürlich nicht ganz genau, mit der Apple Watch, aber ich habe in einem zwölf Stunden Rennen 3.500 Kalorien weggeknallt. Was? Ja. Ist das mit irgendwas vergleichbar? Ich weiß nicht, 3.500 Kalorien ist schon eine Menge. Wie lange muss man das verlaufen? Für 3.500 Kalorien? Ja. Also ich verbrenne morgens beim Laufen. Warte, kann ich dir sagen, von heute Morgen. Ich bin heute Morgen gelaufen, 23 Minuten. Ich habe 477 Kalorien verbrannt. 3 Stunden, 4 Stunden laufen? Wahrscheinlich, ja. Alter. Ja, was meinst du, wo die 40 Kilo, also wie die weggegangen sind? Aber seit wann machst du denn das so aktiv? 1,5 Jahre. Ach so. Und jetzt seit letztes Jahr, seitdem ich hier wohne, fahre ich fast jedes Wochenende. Mhm. Krass. Und bei 24 Stunden rennen guckst du aber viel zu. Na, bei 24 Stunden rennen ist es halt so, dass du dir das... Also bei den langen rennen teilst du dir das oft auf. Also nicht oft, aber jetzt am Wochenende zum Beispiel sind wir mit zwei Mann gefahren. Das heißt, jeder fährt drei Stunden von sechs. Mhm. Das heißt, einer geht eine Stunde rein, dann geht der andere eine Stunde rein, dann der nächste eine Stunde und dann immer im Wechsel. Und im 24-Stunden-Rennen hast du Tagsschicht und Nachtschicht. Das heißt, es gehen Leute tagsüber schlafen, die fahren dann nachts und dann gibt es Leute, die fahren tagsüber, die schlafen dann nachts und kommen morgens wieder und fahren dann weiter. Also normalerweise sagt man, man fährt so mit vier bis fünf. Jetzt gerade aktuell ist vier, das heißt, zwei fahren eine Tagsschicht. Dann gehen die anderen zwei, gehen dann, ich weiß nicht, fünf, sechs Stunden schlafen, wie es geht. Die kommen dann um elf, zwölf kommen die wieder und die fahren die ganze Nacht dann durch. Und was ist das Längste, was du am Stück gefahren bist? Äh, ich in einem Auto? Ja. Vier Stunden. Mehr geht nicht. Also, ich habe mal ein Rennen gemacht und das hat mich, das war eine Grenzerfahrung, die ich mir, wo ich wirklich meine Grenze ausgetestet habe. Das war ein Wochenende, wo freitags Menschen abgesagt haben, dass sie nicht fahren können aus persönlichen Gründen. Und da sind dann Menschen eingesprungen, da hat einer von einem Zwölfstundenrennen eine Stunde abgenommen und ein anderer hat mir da drei Stunden abgenommen. Den Rest bin ich gefahren. Und ich bin den letzten Stint, also ein Stint heißt immer, du steigst ins Auto, bis du wieder aussteigst. Das ist ein Stint. Und ich bin im letzten Stint, äh, habe ich milchiges Gesicht gehabt. Also mein, 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 wie sagt man, meine Sehkraft ist verschwunden. Weil ich so erschöpft war am Ende. Das ist echt unvorstellbar, ne? Da bin ich sechseinhalb Stunden, ja, sechseinhalb Stunden im Vollregen. Also wirklich voller Esseregen auf einer sehr, sehr schweren Strecke gefahren. Und da war wirklich, da war Milch dann im Auge. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, okay, Freunde der Sonne, das machen wir nicht nochmal. Und weißt du, Alba, was ist bei dir so die Intention? Also ist das wirklich nur das, also warum so dieses, wo ist da der Reiz, warum? Ich habe da unfassbar viel Spaß dran. Also ich liebe Autofahren. Ich, also für mich ist das, ähm, mir gibt das ganz viel Freude. Also mich, ich kann, ich kann wirklich jeden Tag mich in diesen Sitz reinsetzen und Autofahren. Jeden Tag. Und ich habe da jeden Tag Lust drauf. Also, ähm, ich glaube für mich ist das mittlerweile so dieser, dieser, dieser Lebenswechsel, der damit stattgefunden hat, weil ich habe dadurch zwangsläufig abgenommen, weil ich musste irgendwann was für meine Beine machen, damit ich bremsen kann. Mhm. Ähm. Und mir gibt das wirklich ganz viel Lebensfreude. Also mich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, Maga, du hast dich echt gemacht. Und das kommt auch daher. Und das bestärkt das natürlich positiv. Cool. Deswegen kann ich ja auch im realen Leben mittlerweile so unfassbar lange Autofahren. Ja. Also ich kann ja, also ich glaube das längste, was ich am Stück gefahren bin in letzter Zeit, sind 800 Kilometer durch. Also einen kompletten Dieseltank durch. Und das, also es juckt mich nicht. Weil ich, ich liebe Autofahren. Immer noch. Das ist schon, das hat schon seine Vorteile, wenn man sagt, man fährt weg und da ist so ein, so ein Dizzy dabei, der sagt, ja ich fahre, ist gar kein Problem. Ich fahre, also ich bin wirklich so der, also ich bin der Kumpel, wo du sagen kannst, oh geil, lass mal nach Tänemark fahren. Ja. Setz dir ins Auto, schlaf, ich fahre. Okay, das ist cool. Das ist cool. Ich hab wirklich bei mir im Auto schlafen alle. Wirklich alle schlafen im Auto. Ja. Ja. Also weil du musst dir da auch keine Sorgen machen. Ja. Also nicht wirklich. Ja. Dann kannst du wegknacken. Oh wir sind da, geil, wuuu. Ja. Cool. Ich hab nochmal, ich hab mit meinem Lenkrad angeschlossen und so Pedale und hab diesen Bus-Simulator, kannst du wahrscheinlich gar nicht damit vergleichen, aber den hab ich mal gemacht, das war einfach super komisch. schon allein dieses, der Bus fährt gegen eine Wand und das ganze Lenkrad dreht sich und du denkst, was passiert mit diesem Lenkrad? Das mach ich jetzt. Das hat schon gereicht. Ja, das wär hier ein bisschen doller. Aber ich würde das echt gerne mal machen. Also ich glaub, ich komm mal irgendwann vorbei und dann setze mich da rein und sag, ich fahre jetzt 10 Stunden am Stuhl. Du sitzt halt, du sitzt halt wirklich mittlerweile im Auto. Also es ist halt wirklich... Ich kann mir das, das ist für mich unvorstellbar. Ja. Und auch dieses, also klar, ich kann mich ja auch in Spiele hineinversetzen mit nur einem Monitor, aber wie viel hast du bei dir? Drei. Und die sind da so richtig schräg, ne? Ja, du sitzt halt wie in einem Auto. Also wenn du, sag ich mal, du sitzt in deinem Auto im realen Leben, dann siehst du ja bis zur B-Säule, die in der Mitte ist. Ja. Kannst du ja, so das Sichtfeld kannst du ja sehen. Ja. Und so ist das da auch. Du siehst bis zur B-Säule das ganze, du siehst das ganze Auto. Okay. 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 Und das ist halt auch so weit, dass du, wenn du reinrutscht, also wenn du deinen Sitz reinstellst, dann hören hier auch die Monitore auf. Also an den Ohren sind die Monitore vorbei und du sitzt halt wirklich in dieser Videowand drin. Und bei mir ist auch alles rundrum schwarz. Ja. Also, da oben rum jetzt nicht wegen den Monitoren, aber untenrum, das ganze, sag ich mal, bei den Pedalen ist alles schwarz und du kannst nichts sehen. Also du sitzt wirklich da drinnen. Aber du kannst theoretisch immer mehr aufrüsten, oder? Nee. Oder bist du schon am Limit? Nee, ich habe schon, glaube ich, so fast das Maximum erreicht. Also mit dem, ich habe jetzt Pedale gekauft, die sind hydraulisch, die sind wie in einem Auto. Also, die sind schon sehr real, die Pedalen, so. Ja. Irgendwann ist auch feier. Also es gibt noch eine Sache, die ich noch machen könnte, dass sich der Sitz mit bewegt. Das heißt, wenn du bremst, dass der Sitz dich schiebt, quasi. Okay. Das werde ich dann auch nochmal machen. Irgendwann. Gibt es da noch vielleicht so einen Luft-Simulator oder so? Den gibt es in der Tat auch. Echt? Ja, ja, ja. Den empfinde ich für Quatsch. Weil, also nee, der ist nicht Quatsch. Ich möchte den einfach nicht haben. Weil für mich ist Racing, also das klingt super bescheuert, aber ich fahre meine Rennen mit Pullover, um Wasser zu verlieren. Es gibt ja so, wenn Sportler Gewicht verlieren müssen, wollen die Wasser verlieren. Und ich fahre mit Pullover, um nicht Wasser verlieren. Okay. Ja, dann brauchst du das nicht. Das unterstützt ja nur, dass du kein Wasser verlierst. Richtig. Ja. Okay. Krass. Ja, also wie gesagt, für Außenstehende, die damit halt gar nicht in Berührung sind, ist es halt so ein, der sitzt da in seinem Stuhl und fährt so ein Autosimulator. Ich habe mittlerweile ganz viele Menschen davon schon nicht überzeugen können, aber ich habe ihnen was Schönes mitgeben können, dass sie auch anfangen zu gucken. Also ich habe ganz oft Menschen mittlerweile, also aktuell, die vorbeikommen, boah, das ich schon lange nicht mehr gesehen und dann kommen sie am Wochenende, was macht ihr denn da? Und dann erklärt man denen das, was dieser Reiz daran ist. Und so, sobald sie das verstehen, hast du halt, also du musst dir halt vorstellen, das ist wie realer Rennsport, nur dass du halt mit den Leuten, mit mehreren tausend Menschen darüber reden kannst, was da aktuell passiert. Und du bist beim Rennfahrer mit im Auto. Also du kannst mit dem, du kannst mit denen über Strategien reden, was nicht läuft, wenn die Unfälle haben, was jetzt Rennleitung entscheidet und so weiter. Du bist halt direkt da drinnen. Also ich habe, ich habe echt Menschen, die mittlerweile sagen, ich habe eigentlich mit Rennsport nichts zu tun, aber jedes Wochenende schalte ich ein. Ah, das kann, das ist nochmal das an, das kann ich mir auch gar nicht wahnsinnig zu. Das stelle ich mir so langweilig vor zum Zugucken auch. Ne, es ist ja eben nicht langweilig, weil du ja alles mitkriegst. Also du kriegst ja wirklich alles mit, wenn irgendwas nicht funktioniert, du bist ja permanent auf diesem Auto und du kannst jeden Fahrer sehen und hören. Also wärst du halt so Beifahrer. Ja, genau. Du sitzt quasi auf der Rückbank. Mhm. Okay. Ah. Vielleicht gucke ich da mal rein und denke mir, okay, ich bin jetzt Beifahrer. Du musst halt nur fragen, wenn du was nicht verstehst, so. Mhm. Also das ist halt das Wichtige, ne? Wenn man, wenn man natürlich, man muss ja dazu sagen, man muss ja, man muss ja auch Lust haben dazu, ne? Man kann dazu Leute nicht denken. Ja, ja, klar. So, wenn Interesse besteht und man die Fragen stellt, kriegt man dazu ja auch Antworten dann. Mhm. Schön. Cool. Cool. So viele unentdeckte Welten. So viele unentdeckte Welten. So viele unentdeckte Welten. Rising Rigs. Wir haben noch eine andere unentdeckte Welt, weil du hast ja so eine sehr schöne Nachricht Ich hab eine schöne Nachricht bekommen von einem Menschen. Ich lese mal den Namen nicht vor, weil ich bin mir nicht sicher, ob es anonym bleiben soll oder nicht. Ja. Und zwar. Hallo liebe Jen, du hast doch neulich nach Themen für euren Podcast gefragt. Ich kam leider noch nicht dazu, alle Folgen anzuhören, aber habt ihr schon mal über vielleicht wäre das ja ein interessantes Thema für euch, wo auch Dizzy aus der Sicht eines Mannes etwas dazu sagen kann. Gibt nämlich leider oft Männer, die sowas aus dem Mund eines Mannes hören müssen, um es ernst zu nehmen. Falls dir sonst jemand einfällt, der dich darüber schon mal gesprochen hat, lass es mich gerne wissen. Ich danke dir. So. Die Verherrlichung von StreamerInnen. Das Problem ist, dass ein Zuschauer... Ein Zuschauer... Achso. Ein Zuschauer. Also wenn ich jetzt jemanden zugucke... Ne warte, wenn du mir jetzt zuguckst und wir kennen uns nicht, dann sagst du... Ja. Jen, die Streamerin, das ist meine Sonne. Ja. Das ist mein Höhepunkt meines Tages. Ja. Hm. Also, damit hast du sicherlich auch schon Erfahrung gemacht. Weiß ich nicht, weil... Ich weiß ja nicht, wie die Zuschauer oder ZuschauerInnen über mich privat reden. Ich weiß, dass viele Zuschauer bei mir drin sind und sagen, endlich vom Alltag abschalten, endlich zurücklehnen und entspannen, endlich wieder deinen Stream gucken. Ob das der Höhepunkt des Tages ist, weiß ich nicht. Ähm. Boah. Ich muss mir die Nachricht mal wieder durchlesen. Wenn sie komplett auf dem Podest stellt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht ein Mensch ist, der halt vielleicht, naja... nicht so coole Tage hat und dann halt so denkt, ja geil, streamen anmachen, mein Rückzugsort ist wieder da. Was sagst du denn dazu? Äh... Das könnte Monolog werden. Deswegen höre ich erst mal zu. Die Verherrlichung von Streamer und StreamerInnen. Ich weiß... Ich weiß halt nicht, inwiefern Verherrlichung gemeint ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also egal, ich verstehe diesen Kontext, ich lese es mir auch durch. Aber ich bin halt nicht in dem Menschen drin, der das halt im Umfeld erfährt. Deswegen weiß ich halt nicht die Ausmaße. Um das bewerten zu können. Na, die Ausmaße könnten ja sein, dass ein Zuschauer oder eine ZuschauerInnen dem, der dem Menschen sehr viel Geld zusteckt. Ja. Aufmerksamkeiten, um seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Beispielsweise. Ja. Ständige Komplimente, reinsliden in die DMs, den Menschen zu sagen, wie toll er ist und ihn quasi zum Mittelpunkt seines eigenen Lebens zu machen, obwohl er den nicht kennt. Tatsächlich hatte ich das noch nicht. Also ich habe natürlich so, wenn ich jetzt überlege im Stream, habe ich immer wieder ein paar Leute, die natürlich mal viel rein subben, rein donaten etc. pp. sind auch tatsächlich viele, viele Frauen. Ähm. Und aber niemand davon ist mir tatsächlich aktiv in die DMs geslidet oder macht mir überschwängliche, übermäßige Kommentare, Komplimente. Habe ich nicht. Gar nicht. Also da muss ich sagen, bei mir ist das recht distanziert. Ich erwähne auch immer wieder im Stream Leute, selbst wenn ihr ganz viel rein donatet, rein subbt etc. pp. Ich behandle jeden von euch gleich. Niemand hat bei mir irgendwelche Vorteile. Ich bin die Streamerin, äh, die, die, den ihr zuschaut, aber nicht mehr. Ich bin auch keine Freundin von euch, auch wenn ihr viel über mich wisst und ich weiß nichts über euch. Ich weiß das Gefühl, kriegt man ja vermittelt, dass wir, wenn ich viel erzähle von mir, denkt man, okay, das ist Jen und ich bin mit ihr befreundet etc. Gibt es sicher Leute, die das nicht so distanzieren können. Ähm, aber ich habe noch nicht die Erfahrung gemacht, wie sie das beschreibt. Also zumindest so, dass ich es mitbekomme. Keine Ahnung. Also ich hatte einmal so eine Grenzerfahrung. Da bin ich nach Berlin gezogen und, äh, dann stand jemand vor meiner Haustür. Ja. Hat meine, äh, Fassade fotografiert. Ich habe zwei Wochen da gewohnt und hat sich dann beschwert, warum wir uns noch nicht getroffen haben. Wir wollten ja ein Fantreffen in Berlin machen. Oh, okay. Mhm. Ja. Ja. Seitdem, äh, ist Feierabend. Aber das war, das war jetzt in der Form keine weibliche Person. Äh, generell, also Menschen generell auf ein Podest zu heben, ist sowieso erstmal nicht so clever. Also auch wenn du jetzt, weiß nicht, in der Partnerschaft lebst oder deine Kumpels oder sonstiges dergleichen, äh, die Menschen auf ein Podest zu heben und sie zu deinem Mittelpunkt, äh, in deinem Leben zu machen, ist glaube ich der falsche Ansatz. Weil du gibst ja, du gibst ja dich quasi auf, indem du jemand anderen was gibst. Mhm. Und hier ist ja dieses, dieses Verhältnis, also ich glaube, man nennt das, glaube ich, simp. Ja. Im Internet. Ja. Das ist ja schon leicht, ist ja schon leicht simpig in, in, in der Richtung. Mhm. Ich vermute mal, dass bei, bei den Menschen, die so etwas machen, vielleicht die ein oder andere Gehirnwindung ein bisschen anders gepolt ist, dass sie sich, äh, in der Form irgendwas erhoffen. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist ja, du hast ja ein persönliches Verhältnis zu, zu dem Streamer, weil er teilt ja, oder Content Creator in, äh, die teilen ja sehr, sehr viel und man hat sehr, sehr schnell den Eindruck, als wenn man an diesem Leben aktiv mit teilnehmen kann. Mhm. Und das ist es aber nicht. Wenn dir jemand sagt, dass du der Mittelpunkt, äh, seines Tages bist, kann das schon, also kann grenzwertig sein, weiß man aber nicht. Weil ich hab auch Leute, so wie bei dir, die sagen, das ist heute das Schönste, was, äh, so an meinem Tag passiert ist. Ja. Was ja grundsätzlich erstmal nicht verkehrt ist, weil vielleicht haben sie einen scheiß Tag und es bringt sie halt zu lachen oder so. Das hatte ich auch oft. Ich hatte einen scheiß Tag, denke mir, geil, heute Abend guck ich meine Serie weiter. Ja, genau. So, sowas ist das ja in die Richtung. Das, äh, da muss man, also da musst du wirklich ein bisschen differenzieren und den Menschen dahinter sehen können, um zu entscheiden, ob das jetzt in irgendeiner Form, Self-Harm ist, also, äh, schädlich für sie, für den, für den Menschen selber. Ja. Oder ob das noch relativ gesund ist. Dieses Reinsimpen ist generell schon schwierig. Also, ich finde, äh, das ist jetzt egal in, in, ob jetzt männlich oder weiblich, weil, ich sehe schon Menschen wieder, äh, bei Frauen läuft das die ganze Zeit so. Ne, bei Männern läuft das auch so. Bei Männern läuft das auch so, nur da wird das halt nicht, äh, da wird das nur in der Form nicht so angesehen. Da gibt's auch, äh, andere Menschen, die da auch reinballern ohne Ende. Ich will grad mal von Simp die Definition suchen, tatsächlich. Na, Simp ist, glaub ich, so, höriger Diener, könnte man sagen. Simp ist eine aus dem Internetslang entsprungene, abwertende Bezeichnung für jemanden, der einer anderen Person übermäßiges Mitgefühl und Aufmerksamkeit entgegenbringt, ohne dass dies wirklich erwidert wird. Okay. Das Verhalten, auch Simping genannt, ist dabei häufig romantisch oder sexuell motiviert. Der Begriff wird in der Regel nur für ein entsprechendes Verhalten eines Mannes gegenüber einer Frau verwendet. Geht andersrum aber auch. Ja, es geht, hä, natürlich. What the fuck? Also, das steht übermäßig, oder? Ne, in der Regel. In der Regel. Okay. Wikipedia. Also, es ist schon, ich war, also, wie gesagt, man kennt ja die Situation da nicht. Ich denke aber, das wird, äh, es wird schon sehr, sehr gängig sein, dass das so passiert. Also, gerade bei, also ich sag mal, aus der Erfahrung eines Mannes wird das schon relativ häufig bei, bei Frauen im Stream passieren, schätze ich. Männer sind da ein bisschen, glaube ich, anders strukturiert als Damen. Und das meine ich an keiner Stelle abwerten, Männer opfern sich irgendwie immer so ein bisschen auf. Mhm. Also, mehr, mehr, also, größerer Anteil als Frauen, würde ich jetzt sagen. Ja, 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 ja. Ne? Und, so selten ist das, glaube ich, gar nicht. Aber, aber da, aber da finde ich halt auch, also, da hat natürlich dann auch, äh, ich sag jetzt mal die Streamerin, weil jetzt jetzt gerade, weil wir gerade so darüber reden, äh, einfach auch so ein bisschen die Verantwortung tatsächlich. Ja. Ähm, das halt auch rüber zu bringen, weil mit Reichweite und allgemein, wenn du, wenn du beginnst, regelmäßige Zuschauer zu haben, hast du auch, äh, natürlich dementsprechende Verantwortung, äh, da aufzubringen, dass du halt auch vermittelst, das ist die Grenze. Äh, ihr seid meine Zuschauer. Ja, wir machen das und das gemeinsam, ich bin euer Rückzugsort, wenn euer Tag mal scheiße ist, wie so eine Serie oder so, aber ins Privatleben sliden könnt ihr halt bei mir einfach nicht. Ne. Und diese, diese Grenze wird von Content Creators ganz oft nicht gezogen. Das ist das Problem. Und, aber muss man, also, was meinst du, warum nicht? Also, es kann viele Gründe haben, äh, also, zum einen Naivität, weil man die Konsequenzen daraus nicht sieht. Ja. Zum anderen, der Rubel läuft. Ja. Man kann, ja, bisschen flirten und, ne, gibt ja ein bisschen Knete. Und das gilt für beide Parteien, also, das ist jetzt hier geschlechtlos, ja. Äh, was hast du denn noch? Dir ist es egal. Ja. Gibt's auch. Ja, die Gründe hast du halt. Ich denke auch, dass, ähm, der häufigste Grund, ähm, dessen ist, ähm, das hab ich auch letztens bei einer anderen Streamerin, äh, schon, da saß ich ein, zwei Stunden mal drin und dachte, okay, krass, äh, das ist halt wirklich so, dass sie halt so viele Donations und Subs mit Absicht entgegennehmen und auch immer, oh, und den, und dann noch den Namen vorlesen und, oh mein Gott, oh, du bist, du bist ja wirklich so toll, du bist der Beste, so, wenn ich dich treffen würde, dies, das. Also, das ist jetzt nicht, äh, Müllschbaum oder so, ne, Sonja, dich mach ich jetzt nicht. Das mach ich wirklich meiner mit expliziten Streamerin, die das wirklich, äh, sehr ernst auch so rüberbringt und, äh, das dann natürlich dann auch pusht und dann denken die Leute, boah, geil, okay, wenn ich jetzt rein donate, dann kann ich da und dann macht sie auch, ja, schreib mir auf Instagram, wir schreiben, wir schreiben dort und das ist echt krass. Also, die, die nutzen das auch wirklich aktiv auf, äh, aus. Deswegen, ähm, um auf das Beispiel zurückzukommen, ich kann nicht hinter diesen Menschen schauen, wie das Beispiel, äh, da ist, aber ich kann nur mitgeben, stell keinen Menschen im Internet oder gar irgendeinen Menschen auf dem Podest oder mach den zum Höhepunkt deines Lebens, weil auch Streamerinnen sind, äh, fernab, weit weg von dir entfernt und die machen da einfach nur ihren Job tatsächlich. Und das, was du im Internet siehst, entspricht nicht der Realität. Ja. Weil das, wenn das aus ist, dann sieht's dahinter ein bisschen anders aus. oft. Ja. Ganz anders. Ja. Ja. Schöne Grüße, Sonja. Ähm. Wow. Also, äh, generell ist das sehr, sehr, also, diese, diese Grenze zu ziehen ist super wichtig und darüber sollte man sich auch im Klaren sein, weil du hast sonst irgendwann jemanden mal vor deiner Haustür. Ja. Oder irgendwelche weirden Rosen, die dir nach Hause kommen. Ey, das ist wirklich creepy. Wirst du, wirst du, wirst du, wirst du dadurch haben. Wenn du das in Aussicht stellst, gehen Menschen da ran, weil ich möchte mal behaupten, dass die, die Einsamkeit aktuell sehr, sehr groß ist. Ja, voll. Durch Corona sogar noch extremer als, als vorher. Klar. Und da wird jeder, also da wird wirklich jeder Happen oder jeder Bissen wird genommen, der dich irgendwie erheitern kann. Mhm. Und wenn dann halt natürlich jemand vor der Kamera vor hunderten Menschen so eine kleine Aussicht gibt, dann löst das natürlich ja in irgendeiner Form wahrscheinlich einen chemischen Cocktail in deinem Kopf aus. Voll. Und dann geht's ab. Voll, ja. Voll, ja. Ja, also wir wollen, doch ich wollte gerade sagen, wir wollen keine Illusionen zerbröseln, aber eigentlich wollen wir das schon. Es gibt keine Illusionen. Es gibt keine Illusionen. Ja. Na ja doch, für die Menschen in dem Moment schon. Nein, da gibt's keine Illusionen. Das ist einfach, es ist das, was du dir vorstellst, was du gerne hättest. Das ist ja die Illusion. Das ist ja die Illusion. Mach die Dame für dich, machst du der Dame den Hof, da passiert gar nichts. Ja. Außer, dass sie sich das Geld einstreicht und andersrum genauso. Ja. True. Ich bin, also an meiner Stelle, wenn ich das jetzt mal mache, ich flirte auch mit meinen männlichen Zuschauern. Ich habe einen Zuschauer, schöne Grüße an Charinat oder? Ich nenne den immer mein George Clooney. Weil das ist ein hübscher Mann so. Ja. Und ich sag dem das auch. Ja. Ich mach das aber nicht, damit ich seine Knete kriege, sondern weil ich einfach denke, dass das ein gesundes Verhältnis zwischen Männern ist und das kann man nach außen darstellen. Ja. Der Dude hat niemals eine Illusion, dass da in einer Form irgendwas passiert. Ja. Oder auch bei Zuschauerinnen, bei mir mach ich das auch, einfach damit die sich komfortabel fühlen. Ja. Wenn mir bewusst ist, dass das fein ist. Genau. Also ich sag jetzt nicht so, boah, du hast die mega geile Hupen oder sonst irgendwas, sondern halt, dass man mal ein Kompliment macht. Das heißt aber nicht, das heißt aber wirklich nicht instant, dass da irgendwas geht. Ja. Weil die Grenze ist ganz klar gezogen. Ich glaube, das machst du auch nicht bei jedem Random, sondern du machst das auch bei Zuschauern, wo du weißt, okay, die sind schon mehrere Monate da und du weißt, weil das ist ja das Ding so, je länger ein Zuschauer da ist, du befasst dich ja auch aktiv mit deiner Community, du liest diesen Namen öfter, okay, der ist jetzt schon echt, du denkst, der ist schon ein Jahr dabei. Du kannst den irgendwie schon im Chat einschätzen vielleicht und da kannst du halt auch sagen, okay, da kann man sowas halt auch bringen, du gefährdest den jetzt nicht durch sowas. Nee. Das kannst du halt auch nicht bei jedem, oh hi, bist du ja grad neu im Chat, na, schick mal ein Bild von dir, Alter, der sieht ja richtig geil aus. Ja. Die Frage ist halt, auf das Beispiel jetzt gemünzt, hat die Freundin denn schon ganz klar diese Grenze gezogen? Also hat sie diesen Menschen gesagt, dass das problematisch ist? Weil da sind wir wieder an dem Punkt, da muss man halt drüber reden. Ja, voll. Wenn es problematisch erscheint, dann muss man das auch ansprechen. Als beispielsweise jemand vor meiner Haustür gesessen hat, gab es erstmal eine Stunde im Monolog, dass Leute vor meiner Haustür nichts zu suchen haben. Guck mal. Und nicht wie mir, sondern wegen Menschen aus meinem Umfeld. Das funktioniert nicht. Die Freundin von ihr ist ja Streamerin, sie hat das Problem, dass der Zuschauer sie... Ja, da ist das für mich ja schon geklärt, da muss man einfach sagen. Ja, die Frage... So Leute, Stream heute, übrigens, ich möchte mal das Thema ansprechen. Ja, eben. Ja. Wenn du das nicht ansprichst, das ist ja eben, also das ist nicht hier eine Schuldzuweisung, sondern eher, dass du das auch nach außen kommunizieren musst, dass du das nicht möchtest. Ja. So, wenn es danach immer noch passiert, ne, dann musst du natürlich andere Schritte gehen. Logischerweise, klar. Ja. Aber ich ging jetzt... Ich habe es die ganze Zeit gelesen, ich ging die ganze Zeit davon aus, dass sie jemanden hat. Ah, ich bin auch doof, ey. Nee, das ist bei einer Freundin im Stream. Ja, als die Dame-Streamerin. Ja. Frau und Damen-Streamerin. Das sind... Dann macht man den Stream, also so würde ich jetzt machen, ne. Ich gebe nur einen Lösungsvorschlag. Stream an. Hey Leute! Ich hatte einen coolen Tag da, da. So, es gibt da ein Thema, das würde ich eigentlich gerne mit euch besprechen. Und zwar meine Rolle als Streamerin für euch im Leben. Äh, ich habe super viel Spaß an dem, was ich hier mache. Es macht richtig Bock. Ich freue mich immer wieder, den Stream anzumachen. Und ihr als Community seid echt geil. Aber ich bin nicht mehr als, äh, ne Streamerin. Auch für euch. Ich bin fernab weit weg von euch. Und ich habe die und die Grenze. Und... Ja, da bevorzuge ich halt auch irgendwie gar keinen von euch. Und etc. pp. Äh, keine Ahnung. Irgendwie halt einfach ansprechen so. Und halt von sich ausreden. Das war es gerade nur. Ich habe mich nur gerade da rein versetzt, so. Am Ende des Tages ist, also... Ich sage mal so, das männliche Geschlecht, die... Also, einige Männer sind sowieso sehr weird, was das angeht. Also, was auch dieses... Naja, dieses Belästigen angeht. Wenn ich mir ansehe... Also, wenn ich manchmal solche Clips kriege, wo kleine Vorpubertärte mit drei Haare am Sack, äh, äh, Frauen in irgendwelchen Lobbys in Valorant als Fotze betitulieren. Oh. Oder ich will nicht mit einer Frau spielen, weil die eh nichts können. Denkst du dir halt immer so... Also, welcher unterbelichtete Höhlenmensch hat dich denn erzogen? Äh, ja. Und da... Da ist schon diese... Diese Position der Frau im Internet ist sowieso ganz, ganz weird. Weil es ist... Es ist so dieses... Da fängt es ja schon an, wenn jemand in der Lobby ist, des anderen Geschlechtes, ist das ja schon so besonders, was völliger Blödsinn ist. Weil ganz viele Frauen mittlerweile aufgrund von Content-Creator... Äh, Content-Creator... Frauen, die Content machen, so... Ja. Äh, dass sich das ja auch etabliert hat, dass immer mehr Damen zum Beispiel zocken und sich nicht mehr verstecken müssen. Hm. Hm. So. Am Ende des Tages wird das aber so glorifiziert. Mir ist das zum Beispiel... Mir ist das so rille, ob da eine Frau ist oder nicht. Weil, also... Es ist ja jetzt nicht so, dass Instinct in meinem Kopf ist, oh geil, da ist eine Frau, mit der will ich jetzt zusammen sein. Also, unbedingt. Also, da muss ich ja gleich reingehen. Ja, aber das ist genau das Ding. Ja, das ist ja bei den Leuten das Ding. Das ist ja so. Also, bei manchen ist es entweder Punkt A, boah, Frau, gar keinen Bock, über die mach ich mich jetzt lustig, was eine Frau zockt. Und Punkt B, boah, geil, eine Frau, die zockt. Zu der will ich aber jetzt direkt intensiven Kontakt. Ey, Baby, komm, wir gehen jetzt hier hinten die Mauern in Fortnite aufbauen. Wir gehen die Mauern in Fortnite aufbauen. Das ist geil. Ich weiß gar nicht... Also, ich schätze, dass das ein ungesundes Verhältnis ist zum anderen Geschlecht. Ja, klar. Und das... Ich weiß nicht, ob das bei uns Zockern immer noch so dieses Einsamkeitsding ist, dass man einsam ist und dann hat man mal die Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. Man hört... Also, ich höre auch sehr häufig so... Das hatte letztens gerade jemand in meinem Stream geschrieben. Ich lerne super wenig Frauen kennen, die zocken. Und schreibe in den Twitch-Chat. Und ich denke mir so, äh? Du bist doch in dem Medium drinnen, wo auch eine Frau zugucken kann und die du ja so auch theoretisch kennenlernen kannst. Also, bei manchen muss man wirklich diese Freundeskreis-Thematik mal überdenken. Weil wenn du in einem Freundeskreis bist, wo niemand um dich rum zockt, dann bist du vielleicht im falschen Freundeskreis. Nee, nicht im falschen Freundeskreis. Nee. Vielleicht solltest du den einfach erweitern. Genau. Und dieses Medium Twitch zum Beispiel... Ich meine, Twitch ist mittlerweile so viel. Auch eine scheiß Datingbörse. Alter, was ich bei mir in der Community für Pärchen gebildet habe. Es ist halt mittlerweile auch einfach eine Pärchenbörse geworden. Voll! Und ich sag mal jetzt... Ich meine, wenn du jetzt... Du kannst natürlich das mit den Streamern... Das ist natürlich ein Problem, dieses auf den Podest stellen. Und wenn du ein ganz normales, gesundes Verhältnis zu dieser Plattform und zu deinem Content Creator hast, dann stellen sich solche Sachen gar nicht... Also kommen gar nicht zur Sprache oder in deinen Kopf. Es ist so weird, was meine Artgenossen mit dem Schniedel zwischen den Beinen sich manchmal für Gedanken über Dinge machen, die völlig irrelevant sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt... Sagen wir mal... Mir wird das ja auch ab und an jetzt mal vorgeworfen, dass ich bei dir ja ein bisschen rein simpe, weil ich dein Setup gemacht habe und wir im Podcast aufnehmen. Ja, weil das ist wieder dieser... Und die können nicht differenzieren. Na, was heißt, die können nicht differenzieren? Du bezahlst mich erstmal dafür, dass ich zu dir fahre. Ja. Ansonsten steige ich gar nicht ins Auto ein. Das ist ja schon mal das Erste. Ja. So. Und bei einer Freundschaft passiert das nun mal einfach, dass man füreinander was macht. Also, nur weil Jen jetzt öffentlich nichts unbedingt für mich macht, heißt das ja nicht, dass sie offline nichts für mich machen. Ja. Und das ist dieses ganz weirde Verhältnis, was Menschen zwischen Männlein und Weiblein im Internet haben. Und da ist jeder Fitzel, ist irgendwas. Und alles wird überinterpretiert, was gesagt wurde. Und dann, das Problem ist ja... Also nicht das Problem, aber ein Katalysator dafür ist ja immer noch, dass es Damen gibt, die an Ohren rumlecken und das als ASMR verkaufen. So. Und so wird ja, so wird ja ein Bild einer Frau geschafft im Internet, wo es nachher scheinbar normal ist, dass es so ist. Also normal, dass, wenn sie sagen, Oh ja, schön, danke, das instant gleich irgendwie, Oh, die mag mich jetzt. Die geht da jetzt voll rein. Da können wir aber reinsleiten. Nee, eben nicht. Und das müssen Menschen lernen, zu differenzieren, was das ist. Ja. Weil am Ende des Tages sind Streamer innen auch einfach nur scheiß Stripper ohne ausziehen. Die wollen auch nur, dass ihr das Geld in die Tasche da reinsteckt. Und dafür wird eine Menge gemacht. Und das müssen Menschen lernen, zu differenzieren. Und an die einsamen Männer da draußen, dass ihr euer Zwiebelleder aufmacht. Weil ja, da kannst du auch einfach am Puff gehen. Fünfmal im Monat wahrscheinlich. Und kannst stundenlang vögeln für das Geld, was du hier raus ballerst. Darüber habe ich letztens ein schönes Video gesehen von, äh, aber ich komme nicht, Alicia. Alicia, ich kenne den Nachnamen jetzt gerade nicht. Da hat sie mal über die Einsamkeit von OnlyFans gesprochen. Und da gibt es halt wirklich einen Großteil der Männer bezahlt dort unfassbar viel Knete, damit sie einfach nur Privatnachrichten von, äh, äh, Kreatoren kriegen. Und du denkst, also ich jetzt als, ne? Ja. Als ich frag mich immer, warum zum Kuckuck bezahle ich für Nachrichten, also 30 Euro die Nachricht oder so, dass dir jemand Guten Morgen schreibt. Also ich verstehe, dass Menschen einsam sind. Ja. Ich kann das verstehen. Das Internet gibt dir den Scheiß trotzdem for free. Du hast immer noch die Möglichkeit, äh, Twitch zu benutzen. Du hast immer noch die Möglichkeit, Instagram zu benutzen und so weiter und so fort. Und ich rede jetzt nicht von, ey Baby, Alter, du hast voll den geilen Arsch, Mann. Darf ich da mal rein sliden? Sondern wenn du dich vernünftig und ordentlich artikulierst, dann hast du auch die Möglichkeit, den ganzen Kram for free zu kriegen. Dafür musst du aber an dir ein bisschen arbeiten und dann bist du auch nicht einsam. Mhm. Nur erkennen die Menschen diese Möglichkeiten gar nicht, äh, die sie geboten kriegen for free. Das stimmt. Und ich denke, also, Entschuldigung, fahr fort. Nö, alles gut, mach. Es ist halt, äh, diesen, diesen Prozess oder diesen Denkprozess zu haben und anzugehen, ist wirklich schwer, weil das ist Selbstreflexion. Und, äh, es ist halt einfacher, Geld rauszuballern, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Mhm. Aber am Ende des Tages, Leute, sag ich euch so, wie es ist, im Puff kriegst du mehr dafür. Und sowohl, ich rede für Männlein und Weiblein. Im Puff kriegst du mehr dafür. Gibt's einen Puff für Frauen? Na klar. Echt? Natürlich. Wo Männer drin sind? Na, Siggi. Okay. Es gibt auch, äh, Schüpplokale für Frauen. Habe ich noch nie gesehen. Klar. Okay, ja gut, anderes Thema drin. Chippendales zum Beispiel. Naja, was denn? Ja. Ist auch für Frauen. Na klar gibt's das. Mhm. Mhm. Also das ist halt so ein Denkprozess, den ich jedem mal mitgeben möchte da draußen. Überdenkt einfach mal dieses, Frau, jetzt auf, in dem Fall jetzt, ne, von dem Beispiel. Überdenkt mal die Position der Frau im Internet. Und dann überdenkt mal deine Position zu der Position. Ja. Für die Frau im Internet. Ja. Hast du denn bei dir auch so Leute, wo du weißt, äh, die suppen regelmäßig viel rein oder die donaten auch regelmäßig viel? Hast du das? Ja, klar. Was denkst du, warum die das machen? Äh, es ist mir egal. Also, ja, ja, natürlich ist es dir egal, aber weil, weil du ja gerade dieses Thema hattest, dass du meintest so, ja, ähm, das mit dem, mit dem viel reinpain und alles, um, äh, ganz viel Attention zu bekommen. Also pass auf. Ja. Roter gebrochen? Ja. Wenn mir einer ein 50, eine 50 Bombe reinknallt. Ja. Dann habe ich irgendwas Positives in seinem Leben bewegt. Ja. Dann habe ich was in seinem Leben bewegt, was ihm diese 50 Euro wert war. Mhm. Ob er jeden Tag kommen kann und lachen kann, ob er sein Leben auch gerade umdreht und umkrempelt, oder ob ich einfach nur in dem Moment ein Gefühl, den er ausgelöst hat, wo er, äh, äh, beispielsweise sagen kann, Danke, Dizzy, dass du für mich mal Worte gefunden hast, die mir über die Jahre schwergefallen sind. Mhm. Und mehr ist das nicht. Mhm. Bei mir, wer will sich von mir Aufmerksamkeit kaufen? Also, bei, wer will sich von mir Aufmerksamkeit kaufen? Ja. Also wirklich jetzt. Wo ganz klar eine Grenze gezogen ist, Marja, du kannst mir auch gerne 1.000 Euro in Schlipper stecken, da bist du immer noch derselbe Dude und du bist genauso wie der, der nicht reins hat. Ja. Und das ist seit Jahren, ist das so. Also, ich mach mir darüber keine Gedanken. Wenn diese Intentionen da sind und Menschen das äußern und das auch privat schreiben, was in neun Jahren noch nicht ein einziges Mal vorgekommen ist, würde ich dem ganz klar und offen sagen, du, vielen, vielen lieben Dank für dein Geld, äh, Freunde sind wir nicht, werden wir nicht, wir können uns oberflächlich, also oberflächlich unterhalten. Mhm. Und das war's. Ja. Gut. Das war ja nicht doch. Sehr gut. Alles andere ist Quatsch. Umgeflunkert. Du meinst, wir haben das jetzt beantwortet? Ich denke. Ja. Also, ja. Ja. Sehr gut. Ja, ja, ja. Schön. Ja, ja, ja. Was hast du noch so am Stittel diese Woche? Schmeiß mal rein. Äh, ich hatte noch eine Frage von Steven gehabt. Von Steven? Der schreibt, äh, falscher Umgang. Wann sind Freunde wirklich Freunde oder Ja-Sager und Kriecher? Wann sind Freunde wirklich Freunde? Was? Ich, ich, ich hab, ich hab auch, also, ich hab dazu auch immer gestanden, ich hab immer gesagt, ich hatte, äh, im Leben nie viele Freunde gehabt. Ich hatte entweder nur so flüchtige Bekannte gehabt oder einen guten Freund, weil, keine Ahnung, für mich ist, äh, war Freundschaft immer, früher war Freundschaft für mich immer sehr anstrengend. Äh, es fiel mich schwer, Freundschaften zu pflegen. Und, äh, weil es war immer so dieses, ich hatte immer Freunde gehabt, die gesagt haben, ja, äh, du hast dich jetzt eine Woche bei mir nicht gemeldet, äh, bin ich dir denn überhaupt wichtig, äh, sollten wir diese Freundschaft überhaupt noch aufrechterhalten, äh, macht das überhaupt Sinn, befreundet zu bleiben, wo ich mir denke, das ist aber, wenn das Freundschaft bedeutet, find ich das echt anstrengend, weil ich find's cool, wenn man, ich hab zum Beispiel, ich hab eine sehr gute Freundin in Österreich, wir schreiben drei-, viermal im Jahr miteinander, oder, oder, oder telefonieren drei-, viermal im Jahr miteinander, tauschen uns aus, richtig geil, Alter, und das ist so, als ob man nie so eine Pause gehabt hatte miteinander, weil wir haben auch keine Pausen, weil wir können ja miteinander reden und an uns anrufen, wenn irgendwas ist. Das ist sehr carefree, das ist sehr angenehm, aber ich hatte halt allgemein nie so viele Freunde gehabt, jetzt hab ich ein bisschen mehr als früher im Vergleich. Aber auf die, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, wann sind Freunde wirklich Freunde oder Ja-Sager und Kriecher? Ich hatte keine Ja-Sager gehabt, ich hatte auch keine Kriecher-Freunde gehabt, ähm, und wann sind Freunde wirklich Freunde? Ich denke, Freunde sind Freunde, wenn du weißt, du kannst dich auf diese Personen verlassen, egal in welcher Situation du gerade bist, die sind für dich erreichbar, äh, die kannst du in der Nacht anrufen, du kannst dich, äh, fallen lassen und weißt, halt, die sind einfach da. Und du bist aber genauso für die da und du würdest für die einiges tun. Das ist halt, das ist ein Geben und Nehmen. Ich vergleiche manchmal Freunde, Freundschaften mit Beziehungen, weil, äh, gute Beziehungen ist halt bei mir, in meinem Bild, ist natürlich mit Intimitäten und, äh, mehr Zeit miteinander verbringen, aber im Grunde ist man ja da auch die ganze Zeit füreinander da. Nur halt in der Beziehung intensiver als bei Freundschaften. Äh, das sind für, das ist, das ist für mich persönlich halt einfach Freundschaft. So. Aber Ja-Sager und Kriecher, keine Ahnung, wie man das vergleichen kann, weil ich kann da leider nicht aus Erfahrung sprechen. Da habe ich keine Erfahrungen gemacht, Herr Nils. Für Ja-Sager? Für Ja-Sager. Boah. Hab ich gar nicht. Ich zitiere, äh, schöne Grüße an, äh, Andi. Nils, man braucht in seinem Leben einen Freund, den man anrufen kann und der keine Fragen stellt, sondern einfach losfährt und da ist. Und das ist Freundschaft. Mehr nicht. Das ist Freundschaft. Dann sind das deine Freunde. Wenn du den, ich gebe ein gutes Beispiel, ich habe in Dresden, äh, als ich in Dresden lebte, habe ich, äh, elf Jahre in der WG gelebt. Ja. Und irgendwann ging das WG-Leben vorbei und man ist so ein bisschen, man wollte mal entrümpeln. Mhm. Und ich habe Andreas angerufen und ich so, Andreas, ich müsste mal meinen Keller entrümpeln. Mhm. Ich besorge einen Transporter, ich hatte keinen Führerschein, ich besorge einen Transporter, kannst du mir helfen? Wann? Wo? Soll ich da sein? Dieser Keller war wirklich ein absolutes Drecksloch und eine Müllhalde, weil Menschen immer nur reingeschmissen haben. Andreas hat keine Fragen gestellt. Weder beim Ausräumen noch beim Wegfahren nichts. Andreas ist einfach gekommen, hat den Keller mit mir ausgeräumt, alles weggeschmissen, wir haben abends lecker gegessen, also ja, carefree war es für ihn und dann war das durch. Wir haben nie wieder darüber gesprochen. Nie wieder. Ja. Es war vom Tisch. Das sind Freunde. Und ich weiß, jeder Mensch in meinem Leben, den ich Freund nenne, jeder, kann nicht das machen. Egal welche Uhrzeit, egal was ich habe, kann immer anrufen. Und andersrum genauso. Und die springen sofort. Und das wirklich, ist es scheißegal, was da bei denen im Leben los ist. Sofort. Ist bei mir auch so. Wenn, weiß ich nicht, sagen wir mal, ich würde ein Rennen fahren, beispielsweise, und jetzt in dem Fall Andreas würde mich anrufen und sagen, du Mager, ich brauche gerade wirklich sofort alles aus, rein ins Auto und los. Ohne Fragen, nichts. Einfach los. Das ist Freundschaft. Gut. Sehr viel und einfach. Genau. Freundschaft bedeutet auch, dass man sich streiten kann, nicht derselben Ansicht ist, aber sich am nächsten Tag wieder in die Augen gucken kann. Und nicht im Streit auseinander geht. Aber ist das dann, es ist schon im Grunde eigentlich der Grundbaustein wie in einer Beziehung, oder? Ist es ja. Ja. Genau. Nur, dass man halt nicht, äh, sich intim angezogen fühlt. Ja, genau. Das ist, Freundschaft ist eine gute Beziehung. Ja. Eine Beziehung sollte auch immer eine Freundschaft sein. Ja. Mit der, mit der Kirsche obendrauf der Intimität. Richtig. Aber dazu habe ich auch noch, äh, dazu habe ich auch noch einen heißen Tag. Oh, weißen, weißen, weißen. Ich habe gestern, äh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf, ach so, doch, ich habe gestern mal wieder Tiki-Toki geguckt. Ich habe gestern mal wieder Tiki-Toki geguckt, für eine Sekunde. Und, äh, da kam so dieses Friendzone-Ding auf. Ja. Friendzone, äh, bedeutet ja, wenn, äh, einer mehr als der andere, äh, empfindet, aber die Freundschaft irgendwie noch bestehen bleibt. Ja. So, pass auf, jetzt kommt richtig brutaler Take. Okay. Jetzt kommt richtig brutaler Take. Ja. Weil das ist mir gestern mal so in den Sinn gekommen, als ich darüber nachgedacht habe. Ja. Es gibt gar keine Friendzone. Es gibt nur den Menschen, der einfach nicht gehen kann. Weil derjenige, der in der Friendzone ist und Gefühle hat für den anderen, der kann sich von dem anderen Menschen nicht trennen und einfach gehen. Mhm. Ja. Das gibt's nicht. Wenn, also, ganz ehrlich, mal, mal wirklich sehr, also, das ist ein sehr heißer und sehr brutaler Take. Wenn ich beispielsweise jemanden kennenlerne. Ja. Und ich bin super gut mit dem befreundet. Ich empfinde was für den. Ja. Und der andere empfindet das nicht. Mhm. Dann bin ich weg. Dann hab ich da nichts zu suchen. Weil, warum soll ich meine Zeit investieren in einen Menschen, der mir dieselbe Energie nicht wieder zurückgibt? Ähm, also, es ist, also, angenommen, du hast jetzt, du hast, äh, nicht in der Beziehung, du hast jetzt eine Freundin. Also, keine Partnerin, sondern eine Freundin, Freundschaft. Ja. Ja. Richtig cool, ihr versteht das richtig lang schon gut. Nach einem Jahr entwickelst du Gefühle. Ja. Denkst dir, scheiße. Und, äh, sie merkt das oder du sagst es ihr und sie sagt, nee, ich hab nicht das Gleiche. Also, es ist für dich prinzipiell auch gar nicht mit dir vereinbar, dass du diese Freundschaft aufrecht erhältst. Nee. Nee. Gar nicht. Nee. Hm. Gar nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, weil es ein Ungleichgewicht wird irgendwann. Und zwar ein sehr großes. Weil derjenige, der Gefühle hat, der macht alles für den anderen. Andersrum aber nicht. Und das matcht die Energie nicht. Und das funktioniert nicht. Und spätestens ab da kriegt man dann auch wahrscheinlich, als der, der Gefühle hat, kann, du kannst auch nicht mehr alles anhören. Weil spätestens wenn dann, ey, ich hab grad da, vielleicht ein Date oder so und du denkst dir. Du machst dich damit irgendwann kaputt. Ja, das stimmt. Und jetzt mal wirklich Freundschaft hin oder her. Am Ende des Tages sind wir alle Egoisten. Ja. Und irgendwo müssen wir uns alle selber schützen. Bei mir, also, ich weiß, dass es für einige Menschen funktioniert da draußen. Und das wird mir, also, berichten auch sehr viele Menschen. Das wird es in meinem Universum nicht geben. Es gibt keine Friendzone. Es gibt nur denjenigen, der die Reißleine nicht zieht und nicht gehen will. Mhm. Würdest du sagen, man kann, das hab ich mich schon oft gefragt, kann man beeinflussen, ob man sich jetzt auf jemanden gefühlsmäßig einlässt oder nicht? Oder hat man ein Gefühl entwickelt? Absolut. Klar. Du kannst Menschen manipulieren. Nee, aber ich mein, wenn du, wenn du jetzt jemanden kennst, freundschaftlich und, äh, dann das Beispiel ist, bestünde die Gefahr, dass du Gefühle für, für diese Frau entwickelst. Kannst, kann man das zurückhalten, dass das nicht passiert? Deine Gefühle unterdrücken? Ja. Dass du dich einfach nicht verliebst. Klar fandst du das. Wie? Indem du schätzungsweise sehr willensstark bist und das immer wegpackst, bis du den Menschen nicht mehr attraktiv findest. Ah. Dafür musst du aber sehr willensstark sein. Ja, das hab ich, das hab ich schon so oft, ich hab mich schon so oft damit auseinandergesetzt, dass ich dachte, kann man Gefühle steuern? So, gerade du, du bist ja so ein, ja, alles rational und so. Kann man ja. Kann ich dir sagen. Nach der letzten Trennung, da ist komplett, ein Strich, da ist nix mehr. Hm. Aber das geht nicht von jetzt auf gleich. Bei dir, ich sehe es von dir aus, weil du bist eh anders. Naja, was heißt von jetzt auf gleich? Das Problem, also, ich glaube, das ist ein sehr großes Problem bei Menschen generell. Ja. Beispielsweise, weiß ich, was wir schon mal besprochen haben. Nehmen wir mal einfach an, eine Trennung. Menschen erinnern sich bei einer Trennung nur an gute Sachen. Ja. Größtenteils. Und dadurch entsteht Liebeskummer. Ja. Weil du immer denkst, ah, Kacke, das war alles so schön und dies war alles so schön und das war alles so schön. Menschen können, aber wenige Menschen können artikulieren, was Kacke war. Und bei sowas zum Beispiel, wenn du, sag ich mal, du entwickelst Gefühle und du merkst, dass der andere diese Energie dir nicht zurückgibt, kannst du gleich beiseite packen. Warum? Also, du kannst niemanden dazu zwingen. Du wirst niemanden dazu zwingen können. Ja. Ich meine, du kannst, du kannst da sein für denjenigen und kannst, äh, du kannst deine, deine beste Version sein. Manchmal, manchmal ist das aber einfach, ist es nicht da, so. Und dann packst du den Scheiß beiseite und gut ist es. Für mich zum Beispiel funktionieren Männerfreund, also Männer, äh, Männerfrau-Freundschaften funktionieren nur, wenn die Dame vergeben ist und ich sie nicht sexuell attraktiv finde. Mhm. Anders funktioniert das bei mir nicht. Und da bin ich auch ganz klar und sehr strikt mit. Weil ich so auf so einen, äh, ich nenn's jetzt mal auf so einen Eiertanz keinen Bock hab. Friendzone gibt's bei mir nicht. Wenn du das nicht erwidern möchtest, was ich dir geben möchte, dann geh ich. Dann hab ich in deinem Leben nichts zu suchen. Also, wenn wir nicht ein Kind haben oder gemeinsame andere Verpflichtungen, hast du in meinem Leben nichts zu suchen. Es klingt immer so einfach, wenn du das erzählst, das ist so witzig. Weil ich diese ganzen Dramen aus Odenfeldern oder wenn man, oder Filme guckt oder so, das wird immer alles so hochgeschaukelt, so, oh mein Gott, das ist das Drama des Lebens. Dann rede ich mit dir und denk so, ja, aber eigentlich ist das voll einfach, so, wenn du das so erzählst, so simpel. Naja, also, ich sag mal, in diesen ganzen Romantikstreifen ist ja irgendwas dran. Ja. Ne, also, beispielsweise, weißt du irgendwas, du kannst gerade diese Energie nicht matchen, weil irgendwas passiert in deinem Leben und du gehst getrennte Wege. Solange man sich nicht irgendwie, weiß nicht, beschimpft oder sonstiges dergleichen macht oder Vorwürfe und sich wirklich in einem Rosenkrieg trennt, besteht ja immer die Möglichkeit, dass man sich nochmal wiederfindet. Wenn du dich wirklich gut verstanden hast, bei manchen dauert das halt einfach, bis das ein bisschen reinkickt. Mhm. Und an der Stelle, äh, an der Stelle musst du, musst du für dich selber, um dich zu schützen, einfach rational an die ganze Sache rangehen. Warum soll ich meine, warum soll ich meine Zeit verschwenden an jemanden, der mir dasselbe nicht zurückgibt? Ja. Die Frage ist immer, wie weit man gehen möchte. Also, äh, manche, manche Menschen kommen da nicht raus. Für mich ist immer, also aufgrund, sag ich mal, meiner Lebenserfahrung dauert das bei mir sehr lange, bis ich sage, jetzt hab ich genug. Und nicht, weil ich das erzwingen möchte, sondern weil ich sage, jeder hat an seinem Leben eine schwere Etappe. Jeder. Jeder Mensch hat eine schwere Etappe. Ich werde dich nicht heilen können. Ich kann aber mit dir gehen, bis zu dem Punkt, wo ich sage, okay, hier ist Schluss. Du musst aber für dich selber irgendwann die Reißleine ziehen. Du musst für dich selber irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, ey, Leute, wir spielen hier keine Spielchen mehr. Aus dem Scheißalter sind wir raus. Wir sind nicht mehr 18, 19, 20, so. Das sind hier erwachsene Dinge. Setz dich mit mir an einem Tisch, rede mit mir darüber, wenn du die Worte nicht findest, sprich einfach los und wir finden gemeinsam den Weg irgendwo hin, um das zu definieren. Machst du das nicht, hast du in meinem Leben nichts zu suchen. Weil dann hast du wirklich nicht die Lust dazu, die Energie dazu, die Gefühle dazu, mit mir gemeinsam ein Leben zu führen. Period. Punkt. Und hattest du schon Ja-Sager und Kriecher? Nee, noch nie. Funktioniert aber auch ja. Also würde ja auch so in dem Sinne gar nicht funktionieren. Weil ich, das, wenn ich mit den Menschen offen rede, beispielsweise, dann reden die ja offen mit mir. Und ich kitzel das ja auch mehr oder weniger aus. Ich hatte nur damals, als ich mit dem Streaming und so angefangen habe, vor drei Jahren oder so, da hatte ich so zwei gehabt, die haben, für die war es ganz krass, dass ich so viel Geld verdient habe durchs Nichts machen. In Anführungsstriche. Und die fanden das dann richtig krass und wollten dann ganz viel mit mir machen und auch immer wieder über mein Geld reden und dass ich alles bezahle. Aber da habe ich auch ganz schön gesagt, lass mich in Ruhe. So, das wäre vielleicht... Solche Menschen habe ich in meinem Leben nicht. Ja. In meinem, also in meinem Umfeld sind, äh, in meinem Umfeld sind wirklich alle Menschen auf Augenhöhe. Scheißegal, wie viel die verdienen. Ja. Spielt für mich keine Rolle. Ja. Wenn wir an einem, wir sind so erwachsen, wenn wir ausgehen oder so und ich sage, ey Leute, ich will bezahlen, das Geschäftsessen, dann mache ich das. Ja. Und das hat nichts damit zu tun, ob der andere weniger hat oder nicht. Weil wenn ich jetzt mal meine Karte vergessen habe, bezahlen meine Kumpels, bezahlen auch dafür. Ja. Und solche Menschen haben auch an der Stelle in meinem Leben nichts zu suchen. Mhm. Wenn mir jemand den Arsch kriechen will, dann gehe ich im Puff. Ist so. Ist so. Und je älter du wirst, desto mehr riechst du das. Du riechst das bei Menschen. Du brauchst mit Menschen nur zwei Sätze sprechen und du weißt schon, hast du alles schon erlebt. Und die Antenne des Gespürs wächst. Naja, du hast ja deine Lebenserfahrung gemacht. Ja, ja. Aber du kannst das ja auch schon auseinanderhalten. Ja, klar. So. Und es ist schon sehr gefährlich, wenn Menschen immer Ja sagen. So. Das ist aber auch, das ist so ein Ding, das ist nicht einfach, das auseinanderzuhalten. Weil jetzt, wenn du das auf eine romantische Beziehung nimmst, wirst du natürlich aufgrund von Kompromissen und Zusammenfinden, wirst du auch öfter Ja sagen. Musst aber auch an der Stelle trotzdem irgendwann mal Nein sagen. In deinen Freundschaften sagst du noch öfter Nein. Ja, denke ich auch. Du wirst aber auch genauso viel Ja sagen, obwohl du keinen Bock hast. Ja. Passiert auch. Ja. Das Thema Ja sagen hat man ja schon. Ja. Ja. Halt, ne, wenn jemand, also ganz ehrlich, wenn jemand immer Ja sagt, also dann ist bei mir schon so, Moment mal, irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendwas ist hier verkehrt. Also nicht im Sinne von, dass er irgendwas haben möchte, aber vielleicht auch, da spielen ja so viele Faktoren rein, da bist du wieder, ist der Mensch einsam, hat der Mensch andere Schwierigkeiten, äh, das sind Gespräche, die du fühlen musst, um erstmal wirklich rauszufinden, was in dem Kopf des anderen vorgeht. Finde die Nadel im Heuhaufen. Genau, es ist finde die Nadel im Heuhaufen. Ja, 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 ja. So, wenn der Mensch das wieder nicht artikulieren kann, dann, also, ja, das, dann wird's halt wieder schwer. Ja, Steven, das ist ja die Antwort. Die kurze. Die kurze. Hast du noch ein Thema? Ja, ich hatte, warte, ich hab was Schönes gehabt. Oh, ja. Gebt mir eine Sekunde, weil ich möchte ja natürlich auch den Namen vorlesen. Und zwar, das ist sehr, das passt sehr gut, das ist so ein, ich würde zwei machen, also das würde ich noch sagen. Gefühle unterdrücken, um die Freundschaft nicht zu gefährden. Oh, lol. Hat mich jemand gefragt. Dankeschön, Marius übrigens. Schöne Grüße. Gefühle unterdrücken, um die Freundschaft zu retten. Jen, the stage is yours. Warte, warte, sind das jetzt zwei? Du hast... Nee, nee, das ist eins und dann kommt noch eins. Ach so. Das hatten wir doch gerade so ähnlich gehabt, ne? Also keine Ahnung, wenn ich... Ich hatte eine Freundschaft gehabt, wo meinerseits Gefühle aufkamen, von meinem Gegenüber aber nicht. Ich habe natürlich, man versucht es ja dann natürlich, dies, das Ananas und ja, musste dann irgendwann einsehen, nee, es bringt halt eh nix. Aber ich weiß nicht, du musst halt differenzieren. Also ich differenziere halt gern, was ist das für eine Freundschaft und wie lange besteht die Freundschaft und wie wichtig ist mir die Freundschaft? Mach, wie fände ich die Freundschaft dadurch kaputt? Ich meine, letzten Endes haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir da einen Cut machen und dass es erstmal auseinanderdingsen und dann war die Freundschaft nicht mehr da. Aber wegen Gefühle, ich kann keine Gefühle unterdrücken. Also ich glaube, selbst wenn ich es versuchen würde, ich könnte es nicht. Deswegen kann ich... Kann ich nicht. Also wenn, dann würde ich sagen, dann wird die Freundschaft gecuttet. Aber bei mir ist nicht Gefühle unterdrücken, um die Freundschaft zu retten. Also dann ist die Freundschaft so oder so bei mir broke, wenn ich mich in irgendjemanden verliebe. Keine, keine Ahnung. Also dann ist RIP. Du kannst das. Nee. Hast du gerade gesagt. Ja, warte. Ja. Wenn ich einen Menschen kennenlerne, wenn ich einen Menschen kennenlerne, ist die Funktion dieser Person in meinem Leben von diesem Zeitpunkt an immer dieselbe. Das heißt also, wenn ich dich jetzt... Wir nehmen dich als Beispiel. Ich habe dich kennengelernt. Ja. Du bist eine Freundin von mir. Ja. Ich werde nie im Leben irgendwann Gefühle für dich entwickeln. Nie. Egal, ob du einen Freund hast oder nicht. It's not gonna happen. Guck, ich kannte Toro ein Jahr. Nach einem Jahr kamen Gefühle. Das passiert bei mir nicht. Ja. Meine Augen sehen dich immer so, wie sie dich jetzt sehen. Als gute Freundin, äh, als gute Freundin, äh, nette Kollegin. Ja. Gesprächspartnerin. Ja. Das wird niemals passieren. Ja. Das funktioniert, also, das ist wirklich auch sehr rational, das wird nicht passieren. Ja. Also gerade bei weiblichen Freundschaften bei mir ändert sich die Rolle dieser Person niemals. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Weil, also, wenn ich mich jetzt wirklich in jemanden verliebe, mhm, werden wir nie wieder Freunde sein. Mh. Also ich kann, ich hab, äh, also letztes Jahr, das sage ich auch, und das ist auch so, ist meine beste Freundin gewesen. Hm. Ist meine beste Freundin gewesen. Hm. Feierabend. Weil die Rolle wird sich niemals ändern. Ich werde diese Menschen niemals anders sehen können. Das ist, sehr gut, sehr froh, dass du das kannst. Man macht sich halt, ist nicht der allgemeingültige Weg, sage ich immer wieder, und das ist nicht, äh, also es ist nicht so, dass ihr das da draußen nachmachen sollt, äh, Kids, don't do this at home. Hm. Das, das geht nicht. Also ich könnte, also so viele Menschen, die mit ihren Exfreunden, befreundet sind. Das verstehe ich nicht. Also das ist, das ist eine ganz andere Gehirnpolung und ein ganz anderer chemischer Cocktail. Hm. Also das sind für mich mittlerweile, sind das schon so, so Red Flags. Ja? Also ja, für mich ist das, wenn, wenn, wenn ich eine Frau kennenlernen und die ist irgendwie mit ihren Exfreunden, Freunden noch befreundet, richtig, also doll, das ist für mich eine Red Flag. Das ist für mich eine absolute Red Flag. Weil das ist halt so, an der Stelle, so male ich mir das aus, es muss nicht stimmen, ne, es ist nur mein Gedankengang dazu, dann hast du, äh, Verlustängste, weil du kannst Menschen aus deinem Leben nicht gehen lassen. Jetzt stell dir mal vor, du findest jemanden neuen, äh, jetzt findest du jemanden neuen und dein Exfreund oder Exfreundin ist mit dir super gut befreundet und die kommt ständig dazu. Ich meine, das ist für mich kein Problem, weil ich als erwachsener Mann sag ich mir so, I don't give a fuck, aber was sendet das für Signale bei Menschen, die jetzt beispielsweise nicht ganz so extrem rational sind? Versuch dich da mal rein zu versetzen, wie sich das anfühlt, wenn du jemanden kennenlernst, wenn du jemanden kennenlernst und dann sagst du, mein Kumpel würde noch vorbeikommen und dann kommt so über die Jahre raus, dass es dein Exfreund ist oder über die Zeit. Was meinst du, wie der andere sich fühlt? Moment, bei was? Ja, aber ich kann verstehen, dass es zum Beispiel Menschen gibt, die sagen, die lassen ihren Exfreund im Freundeskreis, Punkt A, ihr habt den gleichen Freundeskreis, das ist halt die Bubble, der ist halt da drin, da kannst du halt nicht immer sagen, entweder, komm bitte, hört mal auf, mit ihm in Freunden zu sein oder ja, ladet ihn mal nicht ein, das ist halt, das ist schwierig, wenn er halt fest so mit drin ist in diesem Kreis und er ist halt mal mit dabei. Einfach nicht im Freundeskreis daten? Du suchst es dir da, ja, du suchst es dir aus. Ich such mir das ganz bewusst aus. Ich date nicht in meinem Freundeskreis. Ja, aber du musst mir denken, es gibt welche, die suchen sich das halt nicht aus. Wieso sucht man sich das nicht aus? Naja, es gibt Leute, die sind drei Jahre befreundet oder vier Jahre und dann kommst du auf einmal zusammen, weil sie auf einmal Gefühle für sich entwickeln. Gibt es alles? Ja, natürlich. Ja. Ja, okay. So, und wenn er halt in einem Freundeskreis ist und die sind nicht mehr zusammengegangen, dann ist er halt immer mal dabei. Ich meine, aber so dieses explizite, ich treffe mich jetzt nonstop mit meinem Ex weiterhin, weil es ist halt irgendwie ein guter Kumpel. Ich kann den Hintergrund verstehen, weil trotzdem hast du ganz viel Zeit mit diesem Menschen verbracht und irgendwie, der kennt dich halt, du kennst ihn, aber es ist halt keine Intimität mehr da, so, aber weiß ich nicht, so, aber keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel, ich habe, was heißt Kontakt? Kontakt, ich war, ich habe, ich habe noch, einmal vielleicht im Jahr dieses Happy Birthday Ding mit meinem Ex, da war ich 13. Da war ich 13. Wir waren ein bisschen, wir waren, wie lange waren wir zusammen? Fünf Jahre waren wir zusammen, 13 bis 18. So, und trotzdem ist noch Happy Birthday ist gut zum Geburtstag, so. Das hast du zum Beispiel gar nicht, oder? Das hast du doch erzählt. Doch. Aber ich hatte damit... Also, guck mal, jetzt steht Thor an der Tür und guck mich an. Das weißt du. Guck mich nicht so an, das weißt du. mit der Katzenmutter. Ja, genau. Aber es ist jetzt keine Freundschaft. Nein, es ist nicht Freundschaft, es ist aber noch diese Formalität einfach. Genau. Genau. Ja. Das habe ich auch. Ansonsten aber mit keiner. Nö. Nope. 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 Aber es gibt wirklich diese Leute, die sind noch sehr intensiv tatsächlich in diesem Kreis und dann ist es normal, dass er noch dabei ist oder sie ist noch mit dabei. Ja. Und das muss komisch sein und dann ist die da und dann bringt sie einen neuen mit und du hast... Das Ding ist halt, du hast Schwierigkeiten, dich da... Pass auf. Mal heißer Take. Mal heißer Take. Ist natürlich... Es trifft nicht immer für alle zu, weiß man, also das, was ich sage, ist nicht die absolute Wahrheit. Ja. Solange du befreundet bist, blockierst du dein eigenes Datingleben, weil du den Menschen, mit dem du wirklich lange zusammen warst, du versuchst immer wieder diesen Menschen in dein Leben zurückzukriegen, weil du ihn nicht vergessen kannst. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise wir beide miteinander liiert wären, als Beispiel, und du hättest irgendeine sehr dominante Eigenschaft, die mir früher gefallen hat und wir uns weiter sehen, ich denke, ich werde diese Eigenschaft bei mir im Kopf immer wieder befeuert und ich brauche diese Eigenschaft. Das heißt, ich blockiere mich ja irgendwann für mein Datingleben selber. Ja, du stehst ja dann selber im Weg, ja. Richtig. Menschen, die das können und die das machen, sind entweder... Also, da gibt es super viele Möglichkeiten. Entweder sind die mega rational, haben irgendeine Baustelle, weiß nicht, wie die Katzen zum Beispiel oder Kinder oder Häuser oder was auch immer. Oder sie haben irgendwelche Verlustängste. Und da gibt es bestimmt noch mehrere Optionen. Und das finde ich, das finde ich mega krass. Also, wenn ich mir das überlege, ich würde, also mich würde es nicht tangieren, wenn der Ex-Freund im Raum wäre. Weil am Ende des Tages, wenn ich in den Raum komme, bin ich dort der Platzhirsch. Und das weiß ich auch. So viel Selbstbewusstsein habe ich. Ja. Jetzt stell dir aber mal jemanden vor, der nicht so viel Selbstbewusstsein mitbringt. Ah, schwierig. Ganz kritische Sache. Voll. Und dann weißt du, am Ende des Tages, pass auf, am Ende des Tages kann das wieder umgedreht werden und dem vorgeworfen werden, demjenigen, der jetzt quasi dann da neu wäre, dass er sich nicht so haben soll, wir sind nur Freunde und so weiter und so fort. Und dann wird es wieder kritisch. Und dieser Mensch, derjenige Mensch, der nimmt sehr, sehr viel davon mit und wird dadurch sehr gebrannt. Weil du hast ihm ja gesagt, hab dich mal nicht so. Ist ja jetzt nicht so schlimm. Wir sind ja Freunde. Ja, ja, klar. Da hast du richtig abgefahren. Und das, also, wie gesagt, ich finde das, ich finde das sehr, sehr interessant, was für Dynamiken das annehmen kann. Ja, ja. Also ich würde meine Gefühle beispielsweise nicht unterdrücken. Sondern ich würde einfach gehen. Wenn diese Gefühle nicht, äh, äh, wenn diese Gefühle nicht, äh, erwidert werden, würde ich einfach gehen. Rationales Denken. Naja, was heißt rationales Denken? Wenn ich mir ganz normale Fragen dazu stelle, ich werde darunter leiden. Und das ist die ganz einfache, normale Antwort. Ich werde darunter leiden. Und sobald du anfängst, wenn du, wenn du nicht leidest, ist das ja völlig cool. Sobald du aber darunter leidest, musst du für dich die Reißleine ziehen. Weil du bremst dich in deinem eigenen Leben und in deinem inneren Frieden, sag ich mal, bremst du dich aus. Ja, aber das kannst du halt auch nur, weil du Selbstbewusstsein hast und dir einiges wert bist und, äh, dir das halt nicht fehlt. Generell ist das, also, das ist das Schönste, was ich gelernt habe, alleine zu sein und damit fein zu sein, ist so schön. Weil dir kann keiner was wegnehmen. Ja. Niemand kann dir was wegnehmen. Morgen könnte, morgen, morgen könnte sich niemand melden bei mir. Wäre mir egal. Ja. Weil mir, es kann keiner was wegnehmen. Ja. Ich habe alles, was ich brauche, in mir drin, in meinem Kopf. Meine Katzen sind da. Niemand kann was, niemand kann was machen. Hm. Und an diesen Punkt sollte jeder kommen. Ja, entspannt. Weil du nicht, du begibst dich nicht in Abhängigkeit von anderen. Und ich rede nicht von Freundschaften oder Gesprächen, sondern genau von diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Weil an manchen Stellen wird genau solchen, so ein Verhalten wird ausgenutzt und daran gehen Menschen zugrunde. Hm. Das ist so, glaube ich, das Schönste, was ich persönlich gelernt habe, einfach alleine zu sein. Was aber auch sehr schön ist, ist, wenn du in einer Beziehung bist und dich, also, wie soll ich das sagen, auch wenn du, wenn du in einer Beziehung bist, auch das sagen zu können, dass du trotzdem dein eigenes Leben hast und, ähm, weil du ja sagst, du bist alleine und dann kann dir niemand was wegnehmen und das ist halt schön carefree. Aber das kann, kann halt auch sein, wenn du in einer Beziehung bist. So Beziehung ist ja nicht immer nur, ich bin so abhängig von dem anderen. Das ist, aber ich finde, das ist schwer, das gesunde Mittelmaß zu finden. Absolut nicht. Nee, ist es nicht schwer. Also, für mich ist es mittlerweile auch nicht mehr schwer. Es war für mich sehr schwer, bin ich ganz ehrlich. Es war für mich super schwer. Ich habe mich immer, oh mein Gott, ich bin so abhängig vom anderen. Wenn bei dem anderen was nicht stimmt, dann stimmt bei mir auch was nicht und ich muss mich an der Hand passen und da anpassen. Das ist super schwer. Mittlerweile, ich finde das so geil. Ich bin momentan an dem Punkt, wo ich sage, ich bin in so einer gesunden Beziehung, wo jeder immer noch sein eigenes Ding macht. Man kann irgendwie gar nicht wirklich enttäuscht werden. Man enttäuscht nicht, man ist nicht, nicht so dieses Abhängig, man muss sich nicht so viel, es ist halt so entspannt. Ich weiß nicht, wie ich dir das beschreiben soll. Ich weiß es nicht. Ich verstehe, was du meinst. Ja. Es ist schön, man hat so diese Kirsche auf dem Eisbecher, die ist da, aber trotzdem hast du noch deinen Eisbecher. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie, deswegen sage ich ja, wenn du, wenn du deine eigenen Baustellen nicht beaggerst, dann wird auch in der Beziehung wird dich keiner heilen können. Ja. Wenn du in eine Beziehung reingehst und du bist nicht das Beste deiner selbst. Mhm. Ja. Ach. Und für mich, alleine zu sein, also bei mir wird das immer so ein bisschen missverstanden. Bei mir hat, bei mir wird immer missverstanden, dass der andere Mensch Mittelpunkt meines Lebens ist. Ja. Weil ich halt so ein, hab ich ja schon mal gesagt, willst du in Urlaub fahren? Wir fahren in Urlaub. We make it happen. No matter what. Das heißt aber nicht, dass diese Person Mittelpunkt meines Lebens ist. Ja. Also nur, weil bei mir, nachdem Leute keine Energie mehr haben, oben drüber noch mehr ist, um noch mehr zu geben, heißt das nicht, dass das mein Mittelpunkt ist. Weil mein scheiß Leben ist mein Leben. Und da kommt auch, da kommt auch, also an den Grundbausteinen kommt auch keiner ran. Mhm. Also selbst, wenn ich verheiratet wäre oder Kinder hätte, mein Grundbaustein ist mein Grundbaustein. Ja. Das ist mein Leben, mein innerer Frieden. Und das hat mir carefree, also natürlich ist es carefree, nur was halt viele, äh, was halt, was zu so einer nicht guten Dynamik führt, ist, dass einer mehr gibt als der andere und sich das nachher nicht mehr ausgleicht. Mhm. Ich bin zum Beispiel immer einer, der gibt mehr. Mhm. War ich immer und werde ich wahrscheinlich auch immer sein. Aber wenn du damit fein bist, ist das gut. Für mich ist das völlig okay, weil ich mehr Energie habe als die meisten. Ja. Bei mir ist nach der 40-Stunden-Woche, muss ich nicht am Wochenende auf der Couch liegen. Ja. Und das ist für mich fein so. Ja. So lange, also, wenn wir das jetzt mal runterbrechen, sage ich mal, solange ich zweimal in der Woche abends mein Essen auf dem Tisch habe und mir einer auf den Kopf tätschelt, ist für mich alles cool so. Mehr brauche ich gar nicht. Ja. Und das ist immer so, dieses, dieses, das kommt viel durch diesen ganzen TikTok-Blödsinn und was Menschen immer denken, was Leute denken, das ist halt völliger Quatsch. Weil Leute sich nachher auch nicht mehr unterhalten. Hier, also, nicht unterhalten im Sinne von, darüber sprechen, was denn jetzt nur wirklich eigentlich da Phase ist dann. Oh, Apropos, ich glaube, ich such mal, oh, ich habe eine Hausaufgabe für uns. Okay. Oh, auf TikTok sind doch immer, genau das, was du meintest, so dieses, oh, Friendzone, oh, wir suchen mal jetzt die Woche über diese ganzen, es gibt doch mal diese nachdenklichen Sprüche mit, 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 die speichern wir uns mal ab und die arbeiten wir mal ab. Oh ja, das ist eine gute Idee. Gerade weil das von vielen 14, 15-Jährigen mit komplett verschobenen Weltbildern ist, das ist interessant. Die suchen wir uns mal zusammen, schreiben die auf und dann gehen wir die mal durch. Das finde ich gut. Oh, ey, wirklich, ich denke mir manchmal, also für den Themenwechsel, aber alles gut, denke ich mir, oh, ich gebe mir jetzt irgendwas Geiles, irgendeine Scheiße und dann überall nachdenkliche Musik mit Texting so, oh, Alter, gar keinen Bock mehr. Nee, das Ding ist, die kriege ich nicht. Ich bekomme immer nur. Ey, die kriege ich nur. Ich habe nur Woman Explains, nee, Woman Explains Man, also eine Frau erklärt Frauen, wie Männer funktionieren. Ja. Und dann Männer, die Männer erklären, wie Frauen funktionieren. So ein Ding habe ich gerade aktuell. Echt? Ja, solche Dinge. Alter. Und so diese Alpha, manche Alpha-Männchen rutschen da immer nochmal rein, die Alpha-Männchen sein wollen. Solche Dinge habe ich gerade aktuell. Warte mal, sorry, ich mache jetzt mal hier TikTok auf. So. Ah, guck mal, 5 Tipps für Argüungen mit your Partner. Erstens, talk about things immediately. Zweitens, don't scream, stay respectful. Drittens, discuss solutions, not problems. Viertens, accept that there is not just one reality and listen to their perspective. Fünftens, hug it out and never go to bed before taking it out. Richtig. Easy game. Was ein gutes TikTok. Easy game. Guck mal, da ist schon wieder dieses... Was steht, was steht... Okay, komm, wir machen ein, wir machen ein jetzt. erst mal die Musik, die Musik. Hör auf, nein, ey, stopp, 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 DMCA, man. DMCA, verdammt die Scheiße. Stimmt ja. Oh, lies vor, was da steht jetzt. Stell dir vor, du sitzt in 10 Jahren mit der Person im Auto, mit der du jetzt zusammen bist und ihr sagt euch gegenseitig, ich habe doch immer gesagt, wir schaffen das. So was, so was kriege ich immer. Ja gut, aber grundsätzlich ist ja daran erstmal gar nichts verkehrt. Ja, dann sind die anderen. Ich hab das sogar irgendwann mal, irgendwann mal angefangen, mir zu speichern, genau für sowas. Das Problem an solchen Sätzen ist immer, dass du gewisse Dinge überromantisierst und damit ausbremst, wie die Realität aussieht. Solange du noch Bezug zur Realität hast, ist das ja grundlegend erstmal nicht verkehrt. Weil hier, die meisten Beziehungen, 1 bis 2 Monate, beste Zeit, genießt die gegenseitige Aufmerksamkeit. 3 bis 4 Monate, es wird anders und etwas schwerer, die ersten Streitigkeiten und Konflikte. 5 bis 6 Monate, schlimmste Zeit, sprecht miteinander und gebt euch nicht auf, weil die Verliebtheitsphase zu Ende geht. In dieser Phase trennen sich die meisten. Das ist richtig. 1 Jahr, ihr findet euch wieder und merkt, dass Liebe nicht leicht ist. Ihr habt es geschafft. Das find ich schön. Das ist gut. Das find ich sehr schön. Das hab ich mir so abgespeichert deswegen. Das trifft's auch sehr. Ja, das ist sehr, sehr schön gemacht. Das wird die nächste Folge. Schön. Das wird die nächste Folge, ja. Ja. Hattest du nicht noch ein Thema? Ja, warte, ich muss noch mal einmal ganz kurz auf mein Telefon ellern. Ja. Die Katze ist auch die ganze Zeit vor der Kamera. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist ein kleiner Attention Seeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie ehrlich, das kommt von Adam übrigens, wie ehrlich sollte man sein oder besser nicht sein zu anderen? Ja, das Schöne ist, jetzt denk ich direkt so, Dizzy denkt sich, ja, da einfach ehrlich sein, straight geradeaus, ohne darüber nachzudenken. wie immer mit den Fakten ins Gesicht. Also, je ehrlicher und offener, desto besser. Die erste Antwort, ich versteh die Frage nicht. Ja, genau das. So, nicht wieder so, naja, also, ich würde darauf achten, dass die Wahrheit nicht so verletzend ist. Wenn sie zu verletzend ist, dann versuche ich sie umzuschreiben oder vielleicht zu überlegen, ist das denn essentiell, dass der andere das wissen muss, dass ich so ehrlich sein muss. Ja, aber ich, in der Tat habe ich da einen Sinneswandel durchgemacht. Echt? Seit wann? Ja, ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und, äh, wann das denn? Wahrheit ist, also, Wahrheit ist immer wichtig, finde ich, und Ehrlichkeit ist auch sehr, sehr wichtig. Ja. Aber nicht zu jedem Preis. Und der Preis, äh, jemanden zu verletzen, ist zu teuer. Ja. Du wirst auf kurz oder lang, wirst du Menschen verletzen und das kannst du nicht vermeiden, du musst aber nicht noch oben drauf hauen, extra. Mhm. Und brutale Ehrlichkeit ist nochmal oben drauf hauen, extra. Ja. Und das muss man nicht. Ja. Sehr gut. Wann hast du das denn gelernt? Oder dir darüber Gedanken gemacht? Weil der ist so, weiß ich nicht, drei oder vier Folgen. Ich kaufe so drei, vier Tage. Ja. Gab es einen Grund dafür? Nö. Ich habe einfach, nachgedacht. ja, ich bin morgens laufen gewesen, habe so vor mich hingeschwitzt und habe mir darüber mal Gedanken gemacht, was so die letzten paar Wochen, Monate passiert sind. Mhm. Und, äh, ich habe ein Gespräch mit einem Kumpel geführt und das war sehr, sehr brutal, sehr ehrlich. Mhm. War aber, glaube ich, nicht wirklich, wie soll ich sagen, ich glaube, es hat ihm nicht wirklich geholfen, dieses Gespräch. Und das Gespräch sollte ihm eigentlich helfen. Und daran habe ich, festgemacht, dass ich auch lernen muss, mit Menschen anders zu reden oder versuchen, die Wahrheit etwas anders zu verpacken. Mhm. Andersrum, ich möchte aber auch nur mit der Wahrheit angesprochen werden. Also dir ist das vollkommen egal? Nee, ich möchte das so. Ich möchte, ich möchte keinen verblümten Tünniff hören, sondern die Wahrheit. Weil du das halt kannst, aber du hast auch realisiert, dass es halt auch Menschen gibt, die können das halt nicht. Ja, also die Realität, also ich habe gestern, habe ich ja, habe ich, nee, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, ne? Ich habe gestern mit einem Psychologen gesprochen, der gute Confuser, und ich habe gestern sehr viel über mich selber gelernt. Und so ein, zwei Dinge müsste oder möchte ich gerne noch anpassen, um es dem Gegenüber etwas einfacher zu machen mit mir. Weil ich glaube, das ist schwer. Was denn? Sich Rat von mir zu holen, ist, glaube ich, sehr schwer. Manchmal. Ja. Also, schwer im Sinne von, weil da sehr viel auf dich einhagelt, was nicht unbedingt falsch ist. Ja, das stimmt. Nur ist das nicht so einfühlsam formuliert. Ja, das stimmt. Und ich denke, das führt eher dazu, dass Menschen sich davor verschließen und es eher ausblenden, als dass sie es mitnehmen. Die wissen halt, du hast halt sehr guten Rat und die wissen auch, dass der wahrscheinlich super richtig ist und für dich persönlich einfach umzusetzen. aber die haben halt diesen Skill nicht so, das so umzusetzen, wie du das rätst. Ja. So, für dich ist das so voll normal, so dieser Rat, ja, das, 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 also ich würde so, so. Und dann denkt man sich so, ja, das stimmt, aber ich kann das nicht und das macht es irgendwie noch komplizierter. Siehst du, da habe ich jetzt mittlerweile für mich festgestellt und gelernt, eine Frage zu stellen. Was würde dir denn in diesem Moment schwerfallen oder was fällt dir schwer daran? Ja. Ich stelle mehr Fragen als was zu sagen. Also wenn jemand wirklich sagt, er hat Schwierigkeiten, damit frage ich oder versuche rauszufinden, was die Schwierigkeiten sind. Und dann erst über diese Schwierigkeiten sprechen. Genau, und dann darauf eingehen. Ah, tricky. Aber das ist sehr gut, ja. Hat einen Moment gedauert, aber ich habe es rausgefunden, ja. Weil der Rat ist ja, am Ende kannst du ja den Rat immer noch, kannst du den ja immer noch geben, richtig. Nur halt ein bisschen netter. Ja. Ja. Also ehrlich sein ist immer ganz, ganz wichtig. Egal für wen. Es ist wirklich, es ist, also ich glaube, dass ein Verhältnis würde darunter leiden, wenn man nicht miteinander ehrlich ist. Ja, und ein Verhältnis wächst, wenn man ehrlich ist. Richtig, das wächst exorbitant. Ja. Weil man fühlt sich zu dem anderen noch mehr hingezogen. Also egal, ob guter Freund, Freundin, Partner, Partnerin, das ist halt richtig gut erbunden. Ehrlichkeit wird unterschätzt. Ja. Voll. Und offenes Reden noch umso mehr. Je offener du mit Menschen reden kannst, desto hingezogener fühlst du dich eigentlich. Ja. Weil die wissen alles von dir. Richtig. Du kannst so sein, wie du sein möchtest. Richtig. Sobald du Sachen versteckst, geht das in die Hose. Das ist anstrengend. Auch. Ja. Gibt nichts Geileres, als mit Leuten zu chillen, wo du weißt, die wissen gefühlt jede ehrliche Ehrlichkeit über dich und die wissen auch, was du von denen hältst und genauso umgekehrt und du machst einfach geil. Katze. Katze, ja. ganzen Tag schon heute. So, Jen. Ja. Also Hausaufgabe, wir nehmen uns witzige TikTok-Zitate oder was? Ja. Unbedingt. Okay. Speichern die dir. Ich hab, also soll ich dann diese Sachen nehmen, die mir jetzt da so vorgeschlagen werden? Alles, was du findest. Oder wo du sagst, boah, das Thema hätte ich gern noch und dann gibst du das mal in die Suche ein und dann kommt dann was dazu. Weißt du, wie du TikTok speichernst? Ah, nee. Aber will ich schon rausfinden? Ja, unten auf Teilen und dann speichern. Nee, gedrückt bleiben, speichern. Ach, favorisieren. Weißt du schon. Ja, wir, also ich sag mal so, Technik, Technik schmeckt, nee, da bin ich gar nicht so scheiße drin. Cool. Jennifer. Nils. Oh, Jennifer. Ah, nee. Das wird ja immer besser. Jetzt sind wir schon. Nee, 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 nee. Das sagt meine Mutter, wenn ich scheiße gemacht hab. Jennifer. Ja, und dann auch mit Nachnamen. Oh, ganz schlimm. Den hab ich vergessen. Ich merk mir von Content Creator nie den Nachnamen. Das ist in Ordnung. Ja. Oh, Jennifer. Warum, warum, überleg mal, Jennifer, kein Schwein nennt mich Jennifer. Jenny nennt mich die Leute, die ich so im Real Life hatte. Gefühlt ist da übrigens keiner mehr übrig geblieben. Keiner nennt mich mehr Jenny, weil alle neuen Freunde, die ich hab, sind aus dem Internet. Die nennen mich alle Jenny. Deswegen nenn ich dich Jenny. Weil dadurch bin ich besonders. Ach, scheiße. Jenny, Jennifer. Und wenn das nachher zu krass wird, nenn ich dich Jennifer. Oh. Bis du dich dran gewöhnt hast und was toll findest. Nee. Doch. Ich frag mich wirklich, ob es Jennifers gibt, die wirklich Jennifer genannt werden. Ja, bestimmt. Es gibt bestimmt auch Menschen da draußen, die ihren Namen mögen. Jennifer. Jennifer. Okay. Ich hab übrigens gestern den wunderschönsten Mädchennamen gehört und das, also ich möchte mein Kind irgendwann auch so nennen. Was in Wien? Fiona. Oh mein Gott. Gott, das wollte meine Mutter und dann dachte ich, sowas mach ich auch irgendwann. Oh, Fiona ist so schön. Fiona ist ein schöner Name. Ey und gnadige Gott, ihr in eurem scheiß Babyboom jetzt gerade aus Corona-Zeit, ja, ihr nennt eure Kinder jetzt Fiona, verdammt. Also ich... Ich hab den Namen auch nur geklaut. Von woher? Von Menschen aus meiner Umgebung. Wow. Also wenn ich mal ein Mädchen hab, möchte ich's Hayley nennen. Hayley? Ja, meine Mutter hat mir den Namen versaut. Meine Mutter, wieso? Sie meint es so, ja, hol mal den Hayley. Ein Helikopter. Ja, ich glaub, wir sollten die Folge Gis and my Pants es wird heute nicht mehr besser. Es wird heute einfach nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser heute. Potentielle Kindernamen beim nächsten Mal. Ja, so heißt die heutige Folge. Potentielle Kindernamen. Ja. Potentielle Kindernamen. So heißt die heutige Episode. Wie nennen wir unsere Kinder? Ja. Oh. Doch. Ja, also wie nennen wir unsere Kinder? So ist unser, das ist sehr, das ist schön klickbätig und wir haben das Thema ja auch behandelt. Also es war ja eigentlich... Gut, schön. Schön. Toll. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Da ich das Intro eingesprochen habe, machst du das Outro. Nee, wer das Intro macht, macht auch das Outro. Okay, meine Damen und Herren, vielen Dank, dass ihr heute mal wieder zu Gis and my Pants eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Folgt uns auf unseren sozialen Medien. Kommentiert doch bitte einfach das Video oder generell gebt uns Feedback dazu. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch super gerne eine Bewertung dalassen. Däumchen ist ein Träumchen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu Gis and my Pants mit Jen und sie. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.